also manchmal manchmal sich technik so die haben wir zumindest schon mal ein ladebildschirm hat ja lang genug gedauert dass du installieren ok der microsoft grund wurde gesperrt das wäre es jetzt noch mal schauen doch bin ich nicht im spiel drücken kann doch kommen die only way to devise a blue that will bring the brush to his senses is to undertake the three legendary trials nächsten trailer you must master the soul ja den trailer hatten wir als wir beim letzten mal aufgehört haben glaube ich so kannst mich mal einladen ich gucke mal wie man dich ich bin hier gefolgt sehr schön, du müsstest auf dem Schiffsbocken ja, das klingt ich glaube, dass ich mein Stiebe bei manchen Spielen machen Ladescreens echt 25% der Spielzeit aus das ist Starfield hast du mitgekriegt, dass Starfield wirklich zu 80% aus Ladescreens besteht weil Bethesda nee, das ist es ist aber so die Runterspiele hat 144 Stunden Content 100 davon sind Ladescreens und 44 davon Nebenquests ich hab bei Trunk mein paar Parts gewuckt aber das war mir dann zu ich hab den ersten geguckt das war mir dann zu dumm das ist mir irgendwie das Spiel ist mir nicht wirklich das ist mir zu langweilig ja, zum selber spielen macht es wahrscheinlich Spaß ich warte drauf, dass es halt irgendein wirklich Skyrim in Starfield reinläuft einfach in den Lärmverleten dann wird's lustig ja, und vor allem warte ich drauf, dass man auf irgendeinem bedienbaren PC irgendwann Doom spielen kann in dem Spiel Doom kannst du jetzt überall spielen, kannst du schon überall spielen du kannst Doom auf einem Taschenrechner, der von Kartoffeln betrieben wird spielen ah, ich bin grün hier wir können das zweite Abenteuer hier starten sehen wir uns kaum stümmen hier Mission für Gelbosch ne, hier drüben ach so, ja Moment, da kommen wir da wo ich bin da gespawnt, ja ich habe schon von meinem Schiff die Reisen nach Mine-Ellen haben wir geschafft letztes Mal hier haben wir jetzt mit dem Schiff für Gelbosch und dann abgemacht das Schiff ist Schnupfwinkel von Lechak ok, wir werden also nur den Kling das haben wir nicht nur, das ist alles Cap-Side, genau das ich sehe, du hast mein neues Buch das neue Spekundchen-Package das ist alles von Melee-Island ich denke, Mojo arbeitet in mysteriösen Weise er sagt mir alles, was ich muss wissen also jetzt wenn 3-Foot ist in seine eigene kleine Fanny-Package wir sind diejenigen, die das alles zerbrechen das ist die einzige Möglichkeit, dass er wieder zurückkommt ich habe gesagt, dass der Piratelord dass wir hier sind nur auf dich fred die Feierste haben ich liebe es, wenn er so macht Captain Capsize das ist nicht gräßig genug zu informieren, was ich alles was du hast es gibt es scheint, dass Guybrush's current predicament ist no accident ich glaube, dass Guybrush kann die legend er will sein er will er hat viele mehr aber wir müssen ihn von von Schock ist aber er ist die 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 ich das die 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 sind die 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 und zurück in der See of the Damned. Allow me! Nur Guybrush weiß nur, wie zu erreichen Lechappen. Du musst alles tun, was es braucht, um ihn zu sehen. Wenn ich dich wäre, würde ich anfangen, zu besuchen die Isleinung des House of Nojo. Wenn etwas sagt, dass du schon erwähnt hast. Ich bin fast tot. Warum? Weil du mich entgeschossen hast. Nein, es gibt kein Twenty Fire. Ich bin trotzdem fast tot. Das Spiel ist eventuell ein bisschen zu laut. Oder du zu leise. Besser. Oh, ich bin aufgestört. Weil wir vom fucking Blitz getroffen wurden. Aha. Ja. Ja, ich war direkt hinter dich eingeschlagen. Ja, deswegen bin ich fast tot. Ja, ich auch. Ja. Dann ab an Bord. Auch nach Midi Islands. Unser Chef ist leck geschlagen, natürlich. Was sonst? Fünf Minuten wieder drin. Da müsste man letztes Mal noch irgendwo diese Figurchen haben, die man wahrscheinlich irgendwie anpassen kann. Müsste irgendwo hier rumstehen. Ah, so sehe ich gerade aus. Naja, egal. Ich gehöre mich umsegeln. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin. Es ist immer ein bisschen Wasser drin. Schöpfe aus. Du hast einen Eimer. Wollen wir ihn finden da? Ach ja. Ich finde es wirklich sehr lustig, dass es nur als Belohnung für den Abschluss für den ganzen Zeug hier wirklich einen Scheißdreck kriegt. An Cosmetics und gegen Öff zu allen anderen. Also zu allen anderen Sachen vorher. Du bist etwas undeutlich zuhören. Moment, noch nicht lauter. Besser. Nicht lauter, sondern irgendwie undeutlich. Das ist also... Lautstärke ist okay, aber... Weil ich vielleicht undeutlich spreche. So besser. Moment, ich kann auch noch mal kurz versuchen, ein Audio neu zu starten. Jetzt müsste es besser sein, oder? Ein bisschen. Ja. Warte mal hier hoch. Ach stimmt, die Regenbogenflagge schwenkt immer noch. Cool, wir haben uns offensichtlich einmal gedreht während dem Lover. Cool. Natürlich starten wir mitten im Sturm. Ähm. Sind wir nicht gerade auf das... Ja, sind wir. Das war doch das grüne Ding, was wir schon beim Flugzeuggeriebig hatten. Sind wir jetzt durch, oder was? Nein, das ist immer noch der Scheiß Sturm. Wie kommen wir jetzt ans Ziel? Indem ich mich hier jetzt drehe. Wusste ich gerade. So. Möchte ich doch die Karte markieren. Es ist direkt da vor uns. Mhm. Das ist ein Außenposten. Guck... Komm doch einfach mal aufs Deck und guck nach vorne. Dann weißt du... Wie kann ich die Karte verlassen? Wie kann ich die Karte verlassen? Mit C. Ich habe die Sturm nicht mehr. Nein, C funktioniert jetzt nicht. Escape? Ne. Dann X. Ne, X geht auch nicht. Hä? Was ist hier los? E. Ich versuche E oder F. E. 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 ich glaube irgendwie habe ich schon die sind sieben irgendwie ist das spiel zu nutzen dann macht das spiel leiser mache ich gerade samt aufstecken 60 wir sind fast da natürlich muss man immer im sturm und mit gegen starten weil das ist halt so ansonsten wäre es ja nicht cool jetzt kommen wir durch und es ist sonschein ich bin ja nicht ganz ich bin schon fast tot nein besser nicht das ist hier vorne wir wollen hier eigentlich ins wasser fallen hier kommt ein schiff die schock Oh, ähm... Hey. Der Chuck. Wir haben einen der Chuck auf dem Schiff. Er hilft doch nur... Ah. Der Chuck wieder. Er hilft nur... Bier. Wie ist das? Malzbier. Er... Er... Es ist immer so. Haha. Ich war halt in nem Fass drinnen. Ich bin grad durch das Fass geglitscht. Oh, wir sind zurück. Wir sind zurück in den Karibik. Wir sind zurück. Warum brennst du? Warum brennst du? Warum brenne ich? Ich brenne. Du brennst. Das ist merkwürdig. Brenne ich auch? Brenne ich mal um? Nö. Oh, jetzt. Du brennst. Wieso brenne ich? Ich seh mich selbst ja nicht. Na ja. Äh, tanze mal oder mach nen Emote. Dann siehst du dich selbst. Wie mach ich das? Wie mach ich das? Oh, ich brenne. Du brennst. Warum brenne ich? Ich weiß nicht. Warum brennst du? Keine Ahnung. Tja. Ich hab ne Kanone gezündet. Ich hab ne Kanone gezündet. Und ich... Der hätte mich auch selber gezündet. Beim Kanone zünden. Du bist wahrscheinlich genau im Übergang zwischen dem Ladersqueen und etwas aus Feuer gegangen oder sowas. Und dann... Och, tut nicht weh. Das tut mir keinen Schaden, also was weiß. Und... Anker. Solide eingepackt. Brenne ich immer noch? Ja, du brennst immer noch. Jetzt nicht mehr. Hat mich gelöscht. Ah, schön. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht und die Map neu gemacht. Haben Sie das? Nein, du brennst wieder. Ach, dann lass mich brennen. Tut mir nicht weh. Das ist ein schöner Effekt. Wir können auch wieder mit Deckeln interagieren. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder Geld suchen. Ja. Die Skamba ist wieder da. Wir müssen... Wir müssen die Prüfung bestehen, also müssen wir hier rein. Der Typ anhand. Der Typ ist immer noch da. Der ist da rund. Der Wuffle Chuck. Wollen wir vielleicht erst mal mit den NPCs allen reden? Das geht mal mit dem Hund. Das ist schön. Hier. Kannst du sie sehen, wir sind beschäftigt? Geh und geh' einen Stroll rund um die Stadt oder so. Sie sind beschäftigt. Okay, also mit ihnen müssen wir nicht reden. Mit der Voodoo Lady müsste doch vielleicht reden. Ich rede jetzt erst mal mit dem Typen hier am Anfang, weil... Wir haben doch schon geredet. Im letzten Abenteuer. Meinst du hier was Neues? Ahoy there. Welcome back to Melee. Ich würdige diese Frage nicht mal eine Antwort. If you're referring to the... They say that the Chuck 60... Nein. Und einer von einem. Ha! Ich glaub bei der Voodoo Lady gibt's was Neues. Da sollten wir mal hingehen. Red doch erst mal hier jetzt mit den Leuten. Wir sind hier angelegt. Jetzt... Nimm erst mal die Quests an. Wir haben noch nichts Neues. Schon wieder alles durchzurushen. Es ist ein zweiter Teil. Die Map ist dieselbe, aber der Rest halt nicht. Aha. Ich weiß nicht, ob du von dem Konzept Fortsetzung schon gehört hast, aber... Überraschenderweise ist Star Wars Episode 7 auch nicht genau dasselbe wie Teil 4. Das ist jetzt ein schlechter Vergleich. Nein, ist es nicht. Das hier ist der zweite Teil. Es ist dieselbe... Map, aber der Rest halt nicht. Aber gut, dann gehen wir halt zu der... Woodoo Dingens. Bei der haben wir zu uns letztes Mal aufgehört. Ich habe mich nicht mehr aufgehört. Ich habe mich nicht mehr aufgehört. Aber Dinge funktionieren anders. In der See of the Dab. Es dauert ein bisschen Zeit, um ein Blut zu gewinnen. Das bringt Geibrach zu seinen Sensen. Eine Portion, die mit der Wahrheit der Piraten-Live. Das muss man mit der Wahrheit der Piraten-Live. Das muss man mit der Wahrheit der Piraten-Live. Der einzige Weg, um solche Dinge zu gewinnen, ist, um die drei legendärischen Trialen zu unternehmen. Sprech mit ihnen in der Skumbar. Dann zurück zu mir. Ich arbeite an einem Schlag von etwas Besonderes, um mich zu helfen. Natürlich. Wie immer. Auf der Skumbar. Liedertfunk vom Papier-Live. Du hast etwas Wides-Live. Du bist lange zu sp manieren. Du kannst ihn die Piraten-Live. Du hast dich etwas spiegelt. mit Pirate Wannabes! Das ist vielleicht so, aber niemand hat die Trennungen in einer Zeit gelebt, um zu erzählen zu erzählen. Dann wird es ihre Fünnere, und alle mehr Drogs für uns. Sehr gut, mit der Gouverneur's blessing, wir beginnen... ... die Three Legendary Trennungen! Es gibt drei schwierige Trennungen, die jeder Pilate muss, inspiriert von der legend von Monkey Island. Und Sie müssen die Wälder und die Art of Thievery... ... und die Quest! Was? Trennungen, Sie sind! Wir haben das für 33 Jahre, und Sie sind immer so glücklich wie immer! Ich habe eine sehr短e Zeitung, Span. Sie müssen sich selbst in diese drei Bereiche. Wälder, Thievery, und Trennungen. Und Sie haben die Wälder, dass Sie es getan haben! Wir haben ein paar Dokumentation vorbereitet, um Sie zu helfen. Und Sie können uns immer beantworten. Ja, es ist das Schlimmste, was wir können, um das Legendary Trennungen zu machen, so unglaublich unmöglich. Nun, Ihre erste Aufgabe wird es, zu entfernen diesen kursiven Fug. Aber ich kann nicht sehen, dass er seine eigene Wälder ist. Na, wenn es eine kursive Fug ist, Sie wollen das kursive Fug? Ja, Murph, Murph! Wie ist der? Was für eine Überraschung, wir müssen zurückzulegen! Was für eine Kursive Fug? Ja! Das hat sie uns ja nicht gesagt! Wie heißt er, glaube ich? Ja! Nein! Das ist gerade eben der verwunschende Pirat, der gerade eben war der Pirat, den wir beim Flucht der Karibik im ersten Abschnitt auf seinen Körper setzen mussten, glaube ich. Aha! Ich kann mich ja nichts sagen. Du bringst die Nachrichten? Du hast die drei Trennungen gemacht? Excellent! Dann wirst du diese Wälder brauchen. Ich habe gesehen, viel, was dich in den Trennungen verhindert. Selbst in seiner Kursive, Geibrash wird dir helfen. Geibrash wird dir helfen. Ah ja! Ich habe die Störung schon wieder vergessen, das ist lange her. Ah ja, ich mache schon. Ich hoffe, ich habe das Bild noch. Ich habe ein Problem. Wenn sie dich in der... Ich sageи, Wenn er es nicht denkt, erst so weit ist. Der Zirkus. Okay, wir müssen 400 Spanische Dollar sammeln. Oh Gott, schon wieder? Ja. Weil beim ersten Teil nicht langweilig genug. Ja, natürlich gehört dazu. Wo war denn hier das Geld? Ich guck mal im Shop. Ich guck mal an die Kisten nach. Ob irgendwo Geld rumliegt. Wir müssen ein Schwert finden, oder was? Vielleicht kannst du das... Im Shop gibt es einen Tresor. Vielleicht kannst du den irgendwie öffnen. Hier oben müsste es einen Tresor geben. Ja, ähm... Guck erstmal ins Missionsbuch. Wir müssen jetzt erstmal dieses Nebelzeug machen. Und wir kommen jetzt ins Missionsbuch. Kann man im Professor irgendwas machen? Ein Gummi. Mit Kuh und dann der Tasse. Ich glaub wir brauchen das Gummi irgendwo. Ähm... An Geld kommen wir mit dem Zirkus. Ah, zum Zirkus müssen wir also. Ja, wir haben jetzt die ganze Insel frei. Okay, zum Zirkus müsste es den Berg hochgehen. Nein, wir können einfach durch die Stadt tatsächlich. Gucken wir einfach mal zum Zirkus. Ich bin hier drüben. Der ist entweder notlang oder in andere Richtung. Wir gehen einfach mal hier lang. Ich hab keinen Bock auf die Treppensteigen. Das werden wir schon auf Brühe machen müssen. Wir sind halt. Danke. Äh... Cool, es geht hier nicht weiter. Die Wege sind falsch. Das hab ich erwartet. Dann komm mal mit. Jaja, wir müssen über den scheiß Turm. Wir müssen über den Aufsichtspunkt. Hoffentlich geht's dann durch weiter. Diesmal wahrscheinlich schon. Zumindest ist dort in Monkey Island der... ...Zug ist gewesen. Da brauchen wir mal einen Helm für. Für was? Um im Zirkus als Akrobat spielen zu dürfen. Du weißt, dass die Rätsel hier nicht exakt gleich sind, oder? Ich sag hier nur, wie es beim Markieren hat war. Das ist schön. Wir sind hier aber technisch gesehen nicht... Ja, ich... Ich... Es könnte Ähnlichkeiten haben. Wir gehen durch weiter, ich komm fröhlich aufs Spielen. Es könnte Ähnlichkeiten haben. Deswegen. Doch, dieser Berg. Ja. Ach, ich hab mal ein bisschen klappert das hier so. Laufen. Das ist meine Schritte. Dann müsste es jetzt auf der anderen Seite des Bergs wieder runter gehen. Du bist schon oben. Hörst die Glocke nicht? Nein, ich stehe neben dir. Jetzt müsste es eigentlich hier runter gehen. Da, zum Zucken. Ja. Nein, wir müssen erst den Nebel auflösen. Und das machen wir wie? Ich hab keine Ahnung. Über die Voodoo Frau nehme ich an? Ich guck mal in das Spoiler Buch. Moment. Was sagen denn die Missionen? Ich warte mal hier oben nicht, dass wir dann... ... dass wir doch hier oben was machen müssen. Ja... Vertreibe den verfluchten Nebel. Okay. Gut. Sagt uns gar nichts. Ich will nochmal mit der Voodoo Frau. Der Typ sagt mir gerade was über Nebel. Was sagt er denn? Er sagt... Ach, der sagt nur, dass ihn der Nebel nervt. Das... Ja... Ich komm mal runter. Ja... Ah, gut. Jetzt kann ich wieder normal laufen. Ich hab mir gerade die Beine gebrochen. Bist du gerade in der Linie? Kannst du mir nochmal helfen? Nee... Respawn einfach am Schiff ist schneller. Ja... Ich bin der Stadt zu respawnen. Auch gut. Ich bin am Voodoo am Voodoo laden. Perfekt. Geh mal rein und frag sie nach dem Nebel. Sie sagten, dass wir Silber haben. Geh mal rein. Okay, jetzt müssen wir Silber finden. Na Moment, ich frag mal kurz, was die Typen sind. Hey! Ich erinnere dich! Nein. Ich erinnere dich. Du bist in Glück. Der Typ mit dem Knochen da hinten. Komm schon irgendwas mit Nebel. Nein. Schatzkarte. Schatzkarte. Wir... Wir brauchen übrigens das Gummihohn, um... mit Seilbahnen schnell reisefrei zu schalten. Schatzkarte kostet 1000 Spannsteller. Gold ist nicht gut für mich. Ja... Wenn du etwas kaufen willst... Du brauchst keine Knochen von 8. Ein Knochen. Ein Knochen? Ich... Vielleicht könnte ich... Die Knochen in dieser alten Mansion muss... Okay, wo müssen wir hin? Wo bist du, Mordi? Ich bin in der Skamba und untersuche... mit Leuten zu reden. Wo ist denn die Tür hier schon wieder verschlossen? Keine Ahnung. Sie hatten wohl doch offen. Ich google noch eine Komplettlösung im Moment. Ich google noch eine Komplettlösung im Moment. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Ja. Wir sehen uns gleich noch ein paar Minuten zu sehen. Hier. So. Gibt es denn überhaupt eine komplette Dösung? Nein, Gott, ist das dämlich. Okay, da kommst du nicht drauf. Komm mal kurz mit. Was müssen wir machen? Wir müssen uns feiern lassen. Ah, okay. Das lustige Nebel darauf? Wenn du zurück in meine Kuchen gehst, kannst du wieder zu denken. Du wirst zu früh für Arbeit, es wird deine Hände洗igate. Du benutzt alle meine besten Ingenie. Worst von allem, du fährst mein Prime Steak an ein paar manchige Mutts. Und wenn es eine Sache ist, kann ich nicht zuhören. Es sind Menschen, die so nett zu hause Tiere. Du bist auf dem Weg. Gut, das war das wichtigste. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Wenn du gefällt wurdest, oooh Okay, wir müssen tatsächlich erstmal die Sachen hier kaufen Ah gut, also einfach weiter erkunden, cool, danke für gar nichts Das ist doch eine Liste, wo das Geld liegt Wir sind doch nicht an dem Punkt, wo wir Geld verdienen müssen Wir müssen jetzt erstmal... Mit dem Typen hattest du schon geredet Da hast du kein Geld rum Wir müssen zur Governors Villa und dann müssen wir ein Buch finden, was irgendwo auf dem Boden liegt Fantastisch Ich hab das Gefühl, die Quests wären immer sinnvoller Es ist Monkey Island, die sind etwa so sinnvoll wie in den Hauptspielen Nur weniger gut geschrieben Ich hab eins Böse Wortspiele für böse Piraten Was ist das? Nee, wir brauchen irgendwas Irgendwas, was man eindeutig sieht Was für ein Buch soll ich suchen? Käse die umgekürzte Geschichte Kalligrafie für Anfänger Verlangen nach materiellen Dingen Und wie heißt das Buch? Es geht um Schuss umgekürzt Ah, ich such mal Leck den Silberlöffel Oh mein Gott, die wechsel auch noch durch, wirklich? Der große Megalodon Ja, ich hab's Ja, ich hab's Was? Jetzt war's das hier Nein, das hier Bei der in der Leer Das, was jetzt auf dem Boden liegt Hier Die signierte Seekarte Mhm Okay, mir war nicht bewusst, dass die Insel Scab Fat Booty heißen Schön Scab Island, Fat Island und Booty Island Ja, wenn du's so liest Das ist schon sehr lustig So, was machen wir jetzt damit? Ja Du hast die Komplettversung Gelbosch Memoiren Das ist eine hellbeschriebene Chronik von Gelbosch Abenteuer Ja, ich hab ihn gerade beklaut Ich loote mal seine Truhe Das ist was üblich für mich Ich weiß nicht, wo die Truhe ist Hier Ja, aber die ist doch schon längst geöffnet Die vielleicht? Nö Ich weiß nicht, wo die Truhe ist Hier Ist aber die haben wir schon geöffnet Nein, hier Da ist er Tintenfass des Käpt'ns Was tun? Okay, jetzt brauchen wir mal wozu? Ich hab keine Ahnung Kann ich auch eins nehmen? Es ist... Müsstest du? Es ist so obskur wie Bankier Island immer ist Ich kann's mir nicht nehmen Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich gucke mal Motti, hier Ja... Okay, stimmt Tatsächlich Steht es, es gibt einen Tintemil übrig Hier Auf seinem Tisch Dass ein Blatt da steht, es ist kein Tintemil übrig Ja, tatsächlich Hier Es gibt nichts, wo man schreiben könnte Okay, das heißt, wir brauchen eine Ruhe Eine Feder Ja Wir gucken, ob die irgendwo hier ist Schreib Feder, hey Ah, sie waren hier unten Legst mal auf dem Tisch Ja Hier kann etwas ungezeichnet werden Das heißt, wir brauchen noch irgendeinen Vertrag zu unterzeichnen Haben wir den vielleicht schon irgendwo versichert? Ich hab nichts Ich versuch's mal mit der Karte Nö Hm Ah gut Dann rede ich mal mit den anderen Leuten Der Typ vorhin meint hier irgendwas vom Kredit Vielleicht kann man ja trotzdem schon die Sachen kaufen Vielleicht muss Skyborch unseren Kredit unterschreiben Keine Ahnung, möglich Ich bin gefühlt Ich bin gefühlt Ich bin jetzt Beispiel Ich bin immer mit repository Für die ancost Der Typ vorhin Okay, was hast du hier gefunden? Beim Shopkeeper. Der hatte irgendeine Option mit Kredit, die habe ich vorhin einfach ignoriert. Der Kredit, da lag der in einem Tresor drin. Nein, den hat er in seiner Rosentasche gehabt. Original in seinem Tresor. Ah, ich kann mal die Unterschrift klatschen. Hier. G.T. Da für dich. Gut. Das ist auch keine komplexe Unterschrift. Dann holen wir uns den Kredit, wofür auch immer wir ihn brauchen. Zum Shopkeeper. Ah, da gibt's Geld. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir dann das Gummihuhn. 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 Gummihuhn mit Ladengut haben, kaufen wir Gummihuhn. Ja, mit Ladengut haben. Ja, mit Ladengut haben. Wunderschönen. Guck mal kurz in der Questsache... Gummihuhn. Ich guck mal kurz in die Questsachen, ob wir noch etwas mitnehmen können. Gummihuhn. hinter der hinter der bilder aber da kommen wir nicht lang und es ist tatsächlich nichts was man irgendwie brauchen kann hier ist der ist komplett sinnlos irgendwo brauchen muss doch zu mir ich frage meinem bruder shop nach vielleicht kann der sagt jetzt irgendwas natürlich braucht ihr das mit rolle daran ich meine es ist dafür gedacht um hier über die dinge rüber zu kommen aber ich weiß auch nicht wie und was und dann kommt man zu dem einen typen der dort allein in seinem haus wohnt wir können wir können tatsächlich noch mehr sachen kaufen offensichtlich danke tg ist da noch mehr moment es gibt offensichtlich mächtige Piraten Schwerter irgendwo okay nur hier was ist um hinten am gang also kommt quasi gegenüber von mir das Bild schaufel gestern direkt da wenn wenn du es nicht hast dann hast du schon also müsste es dann wahrscheinlich irgendwann im enthalten wie heißt das ding mächtiges piraten schwert wie gesagt vielleicht kostet oder sowas kleider tun gibt es hier dann also mal irgendwo an der wand ja tatsächlich hier mächtiges piraten schwert hier sie verwendet mächtiges piraten schwert hier und wir können offensichtlich die unterschriebene sehkarte für die schatzkarte tauschen unterschriebene was die sehkarte die wir vorhin gefunden haben und die haben wir doch schon nein nein hier komm komm rüber komm 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 oder komm komm ja iki ak komm kl Ist das einer der Gouverneurs-famösen-Sea-Charts? Okay, du hast einen Deal. Die Schraubenmappe ist dir. Niemand hat es mehr. Jetzt bist du fast bereit für was vorliegt. Aber ich habe eine letzte Gehe zu bestellen. Ich habe benutzt das letzte von deinem Rootbeer, und mit vielen anderen verrätigen und gefährlichen Ingediensten, um eine großartige Mojo-Potion aus unbekannten Potenzial zu verbrechen. Jetzt ist es Zeit, die Mist zu verbrechen, die uns aus den anderen in deinem Welt zu verbrechen. Geh meine Potion zum Eiland-Seite und sie in das Feuer. Setz die Melee-Eiland frei! Geht hier irgendwas zum Ausrüsten? Nö. Ich hätte einen Trank in der Hand. Hm? Ich hätte einen Trank in der Hand. Nimm ihn mit. Mojo-Trank. Ah, das ist vielleicht gegen den Nebel. Könnte ich mir vorstellen. Hat sie doch gerade gesagt? Oder hattest du die Sequenz nicht? Äh, nee, du musst mal ausgucken. Ja, ich guck mal hier und schau, ob ich noch mal die... Ahhoi da, fancy Pets! Ja, das Schwert hab ich ausgerüstert. Das sah halt nicht so aus. Das sah auch zum Ausgucken. Ja, hattest du die Sequenz bei ihr gar nicht, oder? Ich hab nicht zugehört. Wie immer. Gut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, dass man sich hier gegenseitig jetzt plötzlich blocken kann. Von irgendwas. Ich kenn's doch vom Podcast. Das ist da... Es hat geredet. Ich hab nicht zugehört. Die ist halt nicht der Main-Character, ne? Ja, aber der Main-Character schläft dort drüben. In seinem Haus. Wow, du hast... Wow! Beeindruckende Leistung, das nicht verstanden zu haben. Ich hab's verstanden, aber... Spiele mir fünf verschiedene Niedermordi. Mhm. Mhm. Ich hab's verstanden. Oh Gott, jetzt ist der Aufstieg lang. Ja. Er ist so unfassbar nervig. Ich hasse ihn. Vielleicht können wir ihn jetzt rüber, oder was? Wir füllen ihn ins Feuer. 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 Wir füllen ihn nicht zugehört. Das ist der Grund, warum wir das hier zusammen machen. Ja, schmeiß ihn ins Feuer. Wir füllen ihn ins Feuer. Hey! Was hast du getan? Du! Was ist passiert? Ja. 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 Oha. Tatsächlich, das Hebel verstinkt. Zumindest im wegbegrenzten Rahmen. Ja. Jetzt können wir hier runter. Tatsächlich. Abstieg. Ich kenne die Unge. Dann müssen wir nachher wieder rauf, Mutti. Ich glaube, wir können dann schnell reisen an dem Punkt. Bezweiflich. Äh, hier kommt er runter. Ach du Scheiße. Ich bin fast runtergefallen. Passiert. Ich habe seinen Leiter. Ich gebe mal die Abkürzung. Gebe seinen Leiter. Ich bin früher unten als du. Äh, nein. Ich bin schon unten. Äh, okay. Ich bin gesprungen. Ich bin schon unten. Ich bin nicht verdammt. Du bist nicht もの Trommel. Ich bin schon krass. Ich bin schon krass. Ich habe keinen neuen Garten. Ich bin schon krass. Es sei denn, wir haben ein Gummihündchen mit vorne dran, wo wir uns von oben herab hier rüber rutschen können. Ja, tatsächlich, das würde gehen. Cool. Aber das Ganze oben auf der Spitze. Wir gehen da jetzt nicht wieder hoch. Wir gehen jetzt zum Hacking-Zirkus. Da gibt es einen Leiter. Ja, aber im Zirkus kann man wohl Geld verdienen und irgendwelche Sachen abschließen. Das müssen wir unter 25 Sekunden schaffen. Das wird nichts. Du musst es nicht schaffen, ich nur. Das sind die beiden Cudern. Aber 10.000 Stück von Hedden? Wer hat nicht so viel Geld? Würdest du relaxieren? Niemand wird das eigentlich zu erreichen. Das ist unmöglich. Dann versuchen wir, dann fallen. Die Publikum wird lachen und jeder wird nach Hause glücklich. Wir wissen nicht, dass es unmöglich ist. Und wir können es nicht möglicherweise selbst testieren. Und wir können uns selbst selbst testieren. So we find a volunteer! Stop being such a meat-a-head! Fischhead! Toady! Whistle! Komm schon! Komm schon! Wir haben sie zu. W foster! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ihr Zeitbald nicht besser wäre. Wie würde Sie sein, wenn Sie eine Chance gewinnen? Eine große Dramatische 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 Dramatische. Of 10,000 pieces of it. Eh, or thereabouts. By being the first to try our death-defying. But perfectly safe, huh? Melee Island is spectacular. The latest, greatest creation of the amazing, acrobatical. Fabulous, flying, phenomenal. Fattuccini, brothers. That's us. When you are ready to become a superstar, talk to my brother Bill about your costume. And my brother Alfredo to go through the... Oh, nein, we must costume tragen, das wir auch. So, what do you say? Ready to take on our once-turing costume, add to the starting line and after that you then hit. Gut. You hit the ground, dummy. We don't expect you to... We must irgendwie... You hit the ground, dummy. With the... We must costume anziehen. Wait, there's costume. You have to be in costume to take part in him. Have you never been to the most important part of your costume? Well, you do here. We need costume with your helmet. It is an unbelievable... Of course. Where do we find this? What do I do know? Circus costume. Circus costume. Here. We have to wear it. Oh, there's a small truja. Here's a small truja. Oh. Ah. It looks wonderful. Wow. So, what do we do now? We have to start a little bit. Here's a little bit. Where? Oh, here. Okay. Good. Dann. Nur 20 Sekunden hast du gesagt. Warte mal, ich bin noch nicht oben. Ist hier eine Glocke? Äh. Ich glaube nicht. Oh, da unten ist sie. Dann leute mal. Du kannst es nicht schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Ich auch nicht. Ich bin tot. Wo ist die Startglocke? Dein. Moment, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht wie... Oh mein Gott, ich muss hier hinten gespawnen. Ah, hier ist die Glocke. Fuck you. Wir könnten dann, wenn du es nicht schaffst, versuchen, dass sich einer kurz vor die letzte Glocke stellt und dann einfach direkt locktet. Ich glaube, das läuft vor ein Checkpoint. Könnte klappen. Warte, ich schaffe das. Ich habe es. Ich will das trotzdem auch nochmal machen, das ist Gameplay. Das ist die Glocke. Felix, es geht noch weiter. Ich habe es auch mit dir. Ich glaube, dass ich es machen kann. Ich habe es auch mit dir. Darunter vielleicht. Scheint so. Komm, du. Verdammt. Okay, ich weiß wie es geht. Tatsächlich ein bisschen knifflig. Wir machen es tatsächlich! Ich hoffe, du hast einen Kopf für die Höhe! Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Soll man ja nicht, aber wir müssen es irgendwie schaffen. Sollen wir es mal mit der Krüge versuchen? Du kannst mich mal abfeuern. Ich bin in der Kernhunde drin. Das können wir sowieso machen. Das kann man hier ja tatsächlich. Schieß mich. Das war nicht so gut. Schieß mich besser. Ich guck mir jetzt erstmal den ganzen Parcours an. Wie gut darin ich spiele. Ich glaube, das Schießen ist ein Teil davon. Du musst erst läuten. Du musst dann irgendwie runterhüpfen auf der anderen Seite. Das ist irgendwie so ein... Alles, was du tun musst, ist ein Ring. Kannst du dich finden? Wo? Da oben ist die nächste Glocke. Also müssen wir irgendwie... Darüber hier. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann. Keine Ahnung, wie man darüber kommt. Ich auch hier. Ich guck. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Ich guck hier. Ich guck hier. Der Bestand ist ein bisschen groß. Du kannst die Schmerzschmerzen, wenn du wieder versuchen möchtest. Okay, nein, nein, ich weiß wie, ich weiß wie. Und wie? Du kannst es tun! Ich schaff's nicht. Warte, ich komm jetzt dir mit. Kannst du deinen Weg finden? Und jetzt? Du kannst die Schmerzschmerzen, wenn du wieder versuchen möchtest. Verdammt. Du darfst tatsächlich nicht fallen. Nee, du darfst tatsächlich nicht fallen. Du musst auf das Direkte der Glocke springen. Au. Ich bin auch schon halb down. Ich probier das jetzt ohne zu läuten einmal. Es ist nicht so schwer. Du kannst es tun! Du kannst es tun! Wenn wir das machen, ist es zu einfach. Es ist zu nahe! Du kannst die Schmerzschmerzen bringen, wenn du wieder fahren willst. Du kannst es tun! Ah, ich bin da oben! Na toll! Ah, es zählt nicht. Ich kann dich glopp nicht läuten. Ja, ja, du musst... Verdammt! Du kannst es tun! Du kannst es tun! Ich denke, sie können es machen! Ach du scheiße! Du musst geschossen werden, oder? Äh, was? Ich bin die Spawns! Oh Gott! Ich bin mitten in der Stadt! Ich stehe auf dem Ring! Du hast dich selbst abgefeuert, wie das? Äh, man kann die Kanone normal ausrichten. Dann ist das der komplexeste Teil. Du kannst es ja aber nicht selbst abfeuern. Äh, doch kannst du! Du musst dann alles nochmal machen, nachdem du mit der Kanone gefehlt bist. Ja, ja, natürlich! Ach du scheiße! Das würde ich auch noch mal machen! Das würde jetzt lange dauern! Ich bin gerade am Ausrichten und Feintarieren. Ich habe hier im Feldschock in meinem Leben gespielt. Ich glaube... Das geht! Ich laufe nochmal die Strecke! Ja! Ja! So! Sehr spannend hier! Okay, so funktioniert das! Dann... Ich gebe mein Bestes! Ich versuche es! Gummihuhn hat nicht funktioniert! Gummihuhn? Wofür brauchst du das Gummihuhn? Ja! Es ist tatsächlich so eine Art, äh... Enterhaken-Ding! Also... Seine Rolle! Ja, ich weiß aber! Wozu beim Zirkus buchst du das? Äh... Wir haben... Wir müssen hier runtergleiten mit dem Ding! Beim Zirkus? Ja, klar! So heute bin ich noch gar nicht gekommen! Gesundheit! Danke! Ich will die Kanone jetzt noch perfekt ausrichten, bis du kommst! Ich bin gleich da! Kannst du nur noch gestorben werden! Bin schon über den Berg! Ich kann mir noch mal einen Versuch! Ach, wieso muss das gehen? Verdammt! Verdammt! Ich bin da! Verdammt! Aber die Kanone ist perfekt ausgerichtet! Äh... Nicht mehr! Nicht mehr anfassen! Ich gehe hier nochmal hoch! Wie wirst du das in 25 Sekunden schaffen? Die Kanone! Okay, ich hab die! Zur Kanone! Ich darf nicht... Ich darf nicht runterfallen! Was muss ich dann machen? Achso, hier! Zur Kanone! Okay, das hab ich nicht kapiert! Hast du die Kanone verstellt? Nein! Gut! Und ich das wüsste nicht, wenn sie sich alleine verstellt hat! Das ist so krass! Du kannst die Startbabel, wenn du wieder versuchen willst! Du kannst es tun! Kann ich mich selber abführen mit der Kanone? Ja, kannst du! Du musst vorne rein klettern! Nicht schau mal! Nein! Und jetzt muss ich... Was tun? Spring einfach... Spring hier hin! Hier, hallo! Genau! Das sind die Kanone! Jetzt... Vorne rein! Hier! Vorne! 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 Ich bin hinten dran! Ja! Wie kann ich wie... Von der Scheißkarte... F! Wie du rangegangen bist! Ich hab nichts gemacht! Müsste noch genau sein! Du musst dich immer noch abfeuern! Jetzt kommt die Spiegel rein! Jetzt schieß! Jetzt schieß! Das muss ich machen! Ich bin im zweiten Ring! Und jetzt fall... Und jetzt fall runter! Ich hab mir nämlich schon gedacht, dass ich hier zu viel Scheiße verspelt hätte, weil du musst es ja unbedingt dran rumspielen! Okay, ich mach's nochmal! Wie ist das? Justi, du die Kanone! Ich hoffe, du hast einen Kopf für die Höhe! Oh, verdammt! Entschuldigung! Du bist mein Versuch! Let's go! Ich hoffe, du hast einen Kopf für die Höhe! Was ist das? Was ist das für ein Zirkus hier, fragt Sigmason? Ähm... Ein Zirkus auf Moncannon... Mini Island... Wer mag diesen Kopf für die Höhe! Ich bin sicher, ich liebe diesen Kopf! Ich muss dich nicht schießen! Dann ist er sicher, dass du dich liebst! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich wusste dir, es war nicht unmöglich! Jetzt, was machen wir? Hey, komm hier, Prego! Wir müssen über den Preis sprechen! Wir kommen mit dem Team! Jetzt, wir sehen uns hier! Ich weiß, wir sagten, dass die große Preis war 10,000 Stück von Eid, aber... Aber wir vergessen uns zu mentionieren, die Regierungsfonds! Wir haben! Wir haben! Wir haben! Und die Mandatorie Tri-Island Entertainment Tax! Kann man... Man kann es! Man kann es! Man kann es! Man kann es! wie bei der Schwanbergerentwicklung zur Mele Island Circus Orphans Foundation! Und die Betragsverstabe. Also, um alles in die Account... Deine Preis total sind... 404 Stück von Eid! Ich bin so gelös! Ich denke... Wir brauchen tausend und... ne, das wird die Karte haben wir ja schon bekommen. Das brauchen wir, das wollen wir damit holen. Ich weiß es nicht. Für später. Im Zweifel ein Schiff bei Stan. Ich mach's nochmal. Ich bin nochmal fliehen. Ja, ich guck auch gerade, was uns da fehlt für dieses Ding, für die Luftwirkung. All you need to do is ring the bell. Oh scheiße. Ich kann mir vorstellen, weniger als 25 Sekunden. Okay. Das schafft man nicht. Ich mach das. Das könnte schwierig werden. Ich bin Sea of Thieves Monkey Island. Verdammt. Sorry, you're disqualified. You're actually throwing it. 25 Sekunden. Das ist ein bisschen knapp. Nein, die Treppe hochrennen ist schon 10 Sekunden. Oh scheiße. Sorry, you're disqualified. Yeah, you're throwing it. Ich bin so fast. Oh scheiße. Ich bin unbedingt voll fertig Und ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich gehe hier schon mal mit dem Geldschoppen. Gold ist nicht gut für mich. Wenn du etwas kaufen willst, musst du es kaufen. Das ist ein privilegieriger Klient-Vendor-Konferenz. Natürlich ist es auch. Ich bin offensichtlich sehr schlecht im Zählen. Ich gucke schon mal ob ich irgendwo... ...irgendwas für die Firma zumindest nicht kaufen kann. Ich habe es geschafft. Und wir werden es machen nun. Ich weiß nicht. Wir haben Geld verdient. Es gab doch die Möglichkeit sich irgendwo oben vom Berg rüber... ...über den Dingens zum Schiff zu schwingen. Warte ich bin gerade eh auf dem Weg nach oben. Jetzt versuche ich das mal. Es sah halt so aus. Es sieht auch so aus. Ich gucke mal ob ich einen alternativen Weg finde... ...den wir spielen jetzt nicht so 100% in. Bestimmt nicht. Es ist relativ polisch. Dann wiederum ich sehe hier einen Felsen der sehr abschüssig ist. Und ich bin drüben. Na toll. Aber der ist sehr hoch. Und tatsächlich kaum hoch. Na komm. Ich gehe mal gucken ob ich über die Lände dort lang komme. Du hast du safe. Den musst du. Oh da ist ein Hafen. Wenn ich kann einfach hinspringen. Warte mal auf mich. Wo du was du hörst. Oder du kannst die Zugbrücke runterlassen von der anderen Seite. So müsst ihr gehen. Guck mal. Ich kann hier auf jeden Fall rumschwimmen. Und hier gibt es tatsächlich eine Leiter. Ich gucke mal ob ich sie runterlassen kann. Ja. Kann man tatsächlich. Kann man tatsächlich. Zugbrücke kommt. Okay. Wo ist die Leine? Ähm. Unter dir. Komm mal in meine Richtung ein bisschen. Mhm. In deine Richtung. Ähm. Ja. Meine Richtung. Weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Du gehst nur runter. Noch ein Stück zu mir. So wie meinst du? Komm mal ganz an den Rand damit ich dich sehen kann mit dem Fernseher. Also ich sehe wo es ist. Das ist aber ein bisschen weiter unten. Ist da. So dann springen wir runter. Dann. Da muss noch ein bisschen laufen. Ich weiß nicht wo es ist. Ne doch. Aber ich habe es gefunden. Es war noch ein bisschen unter mir. Es muss irgendwo. Ah hier. Seilrutsche verwenden. Ich komme. Immer. Au. Jedes Mal. Ich glaube hier können wir Schiffe kommen. Nein hier ist ein Schalter. Ja Stan. Ja den Schalter habe ich schon gedrückt. Bucke ist unten. Das ist ein guter Stan. Hallo. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Ja ich bin jetzt 10x jünger. Jetzt bist du hier. Du musst nicht sagen was. Ich habe gesagt, dass du alles gehört hast. Wie ist das so großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Wie ist denn? Das ist großartig. Das ist großartig. Wie ist denn? Wie ist denn? Das ist großartig. Wie ist denn? Das ist großartig. Das ist großartig. Aha. Wir sollen jetzt ein Schiff glocken. Ich hole mir jetzt einen Grog. Wie ist denn? Du kannst keinen Kaufen hier. Du kannst deinen Kaufen kaufen. Das ist ein Schiffsart. Was wollen wir euch mit dem Hebel von deinen Tränen, bevor wir über diese unglaublichen Aufzunehmen sprechen? Was kostet ihr den Schiff? Was ist das? Ich... Wollen wir das leuchten, ne? Wie viel sollst du spenden? Ich bin ein bisschen Blisowski. Ja, ich auch. Moment. Geh alles die Zeit, die du brauchst. Oh, Hilfe! Geh hin, Leute! Zeit ist Zeit! Ich könnte mich nicht mehr halten. Nein, ich auch nicht. Ich könnte nur kommen und dich mitnehmen. Hä? Achso, wir müssen an den Rottenschutz gehen, was wir wollen. Und dann... Ja, aber es ging nicht, weil wir zu besoffen sind. Wie kommen wir jetzt wieder an Land? Und da hinten. Folge mir einfach so gut, dass es sich nicht. Das Ganze jetzt nicht. Im Wasser geht es eigentlich. Bist du noch nicht am Kotzen? Ich bin eigentlich wieder nüchtern. Ich wusste es! Ein von meinen Schiffen kenneht zu dir. Äh, Hilfe! Ich nicht! Kann er sein, ich habe mein... Die Headless Monkey. Ja, die wollen wir ja. Definitiv. Wenn du etwas, was du möchtest, dann bin ich direkt hier. Wenn wir uns hier einen von denen hier... Nein! Wir nehmen das Auffällige. Ich werde jetzt nur... Jetzt... Und wir kommen hoch hier. Ich gucke... Gleich halt hier. Stand nach dem Schiff fragen. Hier kommt. Hier kommt. A NABAL Kalabitur. Ich werde in links zu den Jungen werden. Sie schädigt. Verabredet. Schädigt. 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 Es ist wieder gerade jetzt. Als irgendwelche Haustgalleon. Ich weiß nicht warum oder warum. Ich weiß nur, dass es eine wirklich spezielle Schloss. Hilfe, pfeffend. Eher klugfreich. Sie hat es alles. Ich weiß, ich weiß. Es kann so schwer sein, zu wählen. Ich verstehe das. Kauf ein Schiff ist eine große Entscheidung. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wie viel will denn dafür? Ich weiß nicht, wie man das macht. Oh, das! Ich glaube, wir sollen einfach anbaut gehen. Das ist der Headless Monkey, als beiturte in großen Schiffrecken unserer Zeit. Ein sehr prästigendes Katalog der Klamide. According zu dem Logbuch, sie wurde zackt, zackt, restauriert, zackt, 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 und da sie existiert als eine gewisse wunderschöne Gäste. Ich weiß nicht, wie oder warum. Ich weiß nur, dass sie eine wirklich spezielle Schiff macht. Lichter, nübbel, ein bisschen transparent. Sie hat es alles. Hm. Was machen wir jetzt hier? Keine Ahnung. Du kommst bald! Wir haben uns keinen Preis gesagt. Gehen wir noch an die anderen Schiffe? Ich gucke jetzt erst mal, was man hier machen kann. Ich kann jetzt bin nicht nur Sand legen. Den Punkt meine ich. Ich gucke mal an das andere Schiff. Ich gucke mal an das andere Schiff. Ich gucke mal an das andere Schiff. Ich kann doch mal die Schatzkarte lesen. Steht da was drauf? Es ist Schatzkarte. Die funktioniert wie Schatzkarten in diesem Spiel funktionieren. Wo ist sie? Die haben wir verkauft. Nein, die die wir dafür gekriegt haben, haben wir die nicht genommen, kann das sein. Die hast du, glaube ich. Ich meine, die hast du mitgenommen. Ich gucke mal, ob sie ein Missionsbub irgendwo ist. Kann ich vielleicht auch darauf zugreifen? Spiele, danke. Ist ja auf den Schiffen gibt es nicht viel zu sehen. Ja, ich muss erstmal den Grog loswerden. Da kann ich das auswählen. Wer hast du den Grog losgewonnen? X. Ah. Ja, tatsächlich. Was ist tatsächlich? Wir müssen erstmal den Schatz machen. Das ist gerade das aktuelle. Wo ist der? Zwei Bäume und ein Feuer finden. Ok, Bäume gibt es sicher sehr wenig. Ah, da vorne. Das sieht so aus. Oder? Ich habe den ganzen Tag. Schau bitte. Zeit ist Geld. Ich will nicht. Ich will nicht, dass du keine Pressure fühlst. Warte, ich komme gleich. Ah, da hinten sieht es auch noch aus. War eigentlich bei Stans rein. Was noch kann ich dir zeigen? Kamera. Was mit dem Haus da hinten? Nö. Ja. Da oben sieht es sehr sumpfig aus. Da sieht nach Sumpfräumen aus in der Karte. Und da ist auch eine Leine, glaube ich. Oder eine Brücke oder was. Ja. Da kann man vielleicht drüber. Äh. Ich hatte hier gerade eine Makier Island 1 Erscheinung. Aha, ok. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier an die Tür klopfen. Hier ist eine Leine, da können wir vielleicht drüber. Ja. Ja, können wir. Ich würde ganz gerne trotzdem nicht erst mal umgucken. Weil ich hatte hier gerade einen Geist. Der hier in die Tür ist. Klopfen wir doch mal. Ich ängere dich. Okay. Oh, okay. Another smoke. Weil ich dachte, vielleicht könnte ich die Pirate-Wannabes die zu meiner Tür kommen und mich interessieren. So viel für diese Idee. Jetzt, ich glaube. Du willst mich trainierst dich zu sein besser als der Swordmaster? Oh, das ist gar nicht wert. Listen. Da ist nicht ein Pirate alive besser als der Legend. Ich habe gesagt, zeig mir eine mächtige Pirate-Sword. Stopp wasten meine Zeit. Ich habe Pirate-Schwert. Oh Gott. Cool. Es ist einfach wieder geändert worden. Ich habe das Schwert dabei. Dann präsentiere es. Ich habe es auch ausgerüstet. Jetzt, was willst du? Das ist was ich wollte, zu sehen. Eine Blade fit für die Legend von Monkey Island. Ich denke, du kannst in die Tür kommen. Ja, ich bin rein. Jetzt habe ich die Kampfmaschine hier mit der wir kämpfen müssen. Ich erinnere mich, den Tag, Guybrush Threepwood kam auf meine Tür. Wie du hast. Ich dachte, er war ein wimper kleiner Maggot, der nicht 10 Sekunden gegen den Swordmaster dauert. Aber jetzt ist er die Legend von Monkey Island und ein Rollmodell für Piraten überall. Es geht nur um zu zeigen, was du kannst, wenn du in dir glaubst. Jetzt bin ich sicher, dass du ein großer Fan bist. Und die Idee, dass du eine lebende Legend schmerzt dein Geist in dir. Ich sage, dass du das Angst hast, wenn du dich stärker bist. Ich möchte dich wissen, dass ich das nicht mit jemandem tun nur mit jemandem tun. Aber ich werde dich gegen die Legend von Monkey Island Oh nein. Ich bin ein bisschen eingepennt. So ein bisschen. Das ist, wie dieses Park funktioniert. Oh nein. Cutscenes sind in einem Story-basierten Spiel. Kann das nur sein. Machst du das, oder? Ich mach das. Ich zubel dir zu. Oder auch nicht. Was? Hä? Was? Du musst gegen den Kämpfen einfach das Schwert treffen und die Puppe. Sich nicht treffen lassen, einfach die Puppe zerstören. Muss man? Wirklich? Keine Ahnung. Du hast nur was von abblocken gesagt. Guck das jetzt nach. Moment. Ist mir wieder zu hoch. Achso, ich werde hier getroffen. Das ist schlimm für dich. Achso, so kannst du blocken. Mit der rechten, was ist das da? Ja, ich weiß. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Du hast mir nichts gedacht. Vielleicht müssen wir beide machen. Keine Ahnung. Was blocken, wenn er angreift, oder angreifen, wenn er nicht blocken? Glaube ich. Meine Fresse, wo ist sie denn? Ja, Circus haben wir gemacht. Toll. Schön. Hier. Das brauchen wir. Okay. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Nicht einfach wirklich nur blocken und angreifen. Ich versuche es mit blocken und dann greifen. Wenn er angreift, blocken und wenn nicht, dann auf die Puppe einschlagen. Das ist nun viel zu ungenau dafür, ich kann ihn einfach einfach hierhin stellen. was soll denn die scheiße ich weiß nicht was auch nicht das war so eine zwischensequenz dass nicht wirklich was passiert ich verstehe nicht wie diese scheiße gehen soll tut mir leid ist eine glocke vielleicht jemand leuten nein er ist doch schon dabei daran scheiß zu machen ich dachte du hast die komplette lösung ich weiß da steht du nachdem ihr gegen die gekämpft habt ich möchte einfach mal blocken hier bitte gehen Ich kann nicht verlassen. Ich versuch's mal. Dein bestes. Oh, YouTube mit seinen zwanzig nicht skippbaren Werbung, ey. Müsst du eine Puppe zerstören oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich guck jetzt so einfach nach der Szene. Okay, man hat das bestimmt schon auf YouTube gespielt. Jaja, ich bin ja hier grad bei GameTube. GameTube hab ich doch gesagt. Hier, da ist die Szene. Nein, die Szene nicht, verdammt. Hier kommt die Sache. Mhm. Ich hab ne Idee. Moment, man muss tatsächlich einfach nur ein paar Glocken gedrückt halten, bis er fertig ist mit seiner Scheiße. Aha. Ja. Wow. Ist er fertig mit seiner Scheiße irgendwann? Nein. Nein. Oh, ich mach das hier noch ein bisschen, ne? Ah. Ah. Toll. Ich muss dann treffen. Ich muss dann treffen. Aber was, wenn wir kämpfen, ich würde plötzlich sagen, meine Schmerzspieler wird dich überraschen. Das war nicht so. Wenn ich sage, meine Schmerzspieler wird dich überraschen. Du solltest mich zurück mit etwas wie... Ja, ich bin überraschend für dich in diesem Fall. Moment. Zeit, um dich zu beschützen. Ich sagte blocken. Wie in dem, dich zu beschützen? Ja, ich bin überraschend. Ich muss hier blocken. Ich muss gehen blocken. Ja, ich bin überraschend. Ja, ich bin überraschend. Ja, ich bin überraschend. 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 Blocken. Das ist so dämlich. Das funktioniert halt mit dem Action-Kampf-System eigentlich nicht. Ah. Lass uns noch ein anderes. Mein Schmerzspieler wird dich überraschen. Das hatten wir doch schon. Ja, aber jetzt haben wir auch den Konter. Ja, aber jetzt haben wir auch den Konter. Ja, aber ich habe die richtigen Konter nicht. Du hast die Konter doch auch gesehen. Hm. Lass uns noch ein anderes probieren. Meine Däden sind weltweit gesprochen. Hm. Komm mit mir wieder. Das ist mehr so. Jetzt, versuch mal etwas mit mir. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Alles, was ich dir教en kann. Alles, was du jetzt tun kannst, ist, dann raus und lehren, so viele Insults wie du kannst. Hier ist eine Karte mit Locations, die mit einer Schmerzen von Schmerzen sind. Eine Art von Schmerzen von Schmerzen. Ja, oder? Ja. Wenn du bereitst, den Schmerzen zu schlagen, dann wirst du es wissen. Wie für mich, ich würde wahrscheinlich die Maschine auskauen. Es ist ein langer Zeit, seit es so eine Führung genommen hat. Jetzt geht's, raus! Schau dir nichts. Oh, hier sind Schäle. Murray! Die Dämonische... Oh, es ist dich wieder. Das unendliche Körper, das du für mich gefunden hast, wurde in Stück. Geh über schade Kraftwerkschaft. Na, ich habe auf einer Beach gewohnt. Es gab dieses ganze Ding mit einem Hermann-Krab, bevor ich mich auf eine Bühne nach Freiheit schraubte. Ich will dich nicht. Insofern, jetzt, dass du hier bist, kannst du mir ein bisschen Spaß geben. Spots wie diese sind großartig für Sord-Fighting-Kontests. Wollt ihr hier zu sprechen, oder kamst du hier zu kämpfen? Wenn du eine Chance hast, einen Insult von deinem eigenen, probiere es wieder. Und wenn du diese Komp... Es ist sehr simpel. Ich schiebe eine andere Sord-Fighting. Mal sehen, wie krass du sein kannst. Okay. Schau mir mal was du vorst. Hey, ich habe eine Bühne, die mit dir schicken. Okay, cool. Er hat sich für dich entschieden. Okay, Schweine die schickeriger sind als ich. Ich bin gestaunt, dass du so lange durchgehalten hast. Mach das. Ach, jetzt gehen wir zu damit ja. Ach, jetzt gehen wir zu damit ja. My swordplay will amaze you Now you're getting it Aha, next round If you're going to insult me, make it quick Darf ich auch mal Well, everyone loves a good joke Kannst du jederzeit einschreiten, er hat ja echt dich Er will der Bibel Du musst doch schon nah genug ran, um ihn zu schlagen Ich muss ihn überleidigen Ich habe nur Schweine getroffen, die entf... oh was, darf gar nichts Er hat mich getötet Er hat mich getötet Ich habe keine Zeit, um mit Amateurern zu tun Er hat mich sozial getötet Er hat mich sozial getötet Und das war jetzt nur dazu da, um die Beleidigungen zu lernen Aha Ich habe an dem Buch einfach keine Chance gegen irgendwen So wie üblich Deshalb ist man auch nicht gestorben Alles klar Und wo geht's hier lang Ah, da geht's rüber zu dem Typen mit der Der einheimelige Typ dort Wo eigentlich die einzige Leine im ganzen Spiel sein sollte Ist eigentlich dort Wollen wir rüber, oder? Ja, warum nicht? Noch nicht Noch nicht Ja, stimmt Oha, ein langer Weg Oha, wie lange Leiter da unten Einmal klopfen Da müssen wir an Katzen streicheln Wenn du hier bist, um die natürlichen Wanderungen von Meathooks hervorragend Einmal Du bist zu late Wir sind aus dem Unternehmen Und bald Ich werde hier raus für gut Ich habe dir bereits gesagt, wir sind closed Wenn du hier bist Wenn du hier bist, um die Beste Die Beaste ist unverlässig Es hat mich aus dem Unternehmen vor dem Ein Touristen Ich werde es Einmal Hier der die 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 Das ist der erste Person, die ich für Hilfe habe, aber er niemals antworten. Oh ja? Ja, du denkst, dass er ein bisschen mehr freundlich mit seinen alten Crew-Mates ist. Er und ich verletzt all den Weg nach Monkey Island zusammen. Natürlich, er machte vieles von der eigentliche Arbeit. Ha, du musst nicht... Nope, so geht es. Hier ist das Bieststreicheln. Hm? Kein Irgendwas bei mir... Nebelapparatur erforderlich. Da brauchen wir einen Griff für. Ah, okay. Einen Griff haben wir nicht und... Für Unpflicht der Natur... Wir können nichts Unerlaubnis nehmen. Wir sind Piraten, wir sind Piraten und für uns nichts Unerlaubnis nehmen. Es ist Monkey Island. Wir wissen alle, wie das läuft. Okay, wir brauchen irgendwoher einen Hebel. Nettes Detail. Ich bin gerade draußen und ich fühle mich sehr beobachtet. Aha. Ja. Oder etwa nicht. Da ist aber nichts. Der Mobbaum. Oh nein. Oh nein, nicht der Mobbaum. Er hat es ins Spiel geschafft. Ja. Ja. Sehr schöne große Insel hier. Hier steht also der Mobbaum. Hier ist der Mobbaum exakt. Vielleicht müssen wir noch... Vielleicht müssen wir noch... Vielleicht müssen wir noch einen Mob besorgen. Einen späteren Abend. Vielleicht müssen wir mit dem... Vielleicht reden wir mit dem Koch. Oh, hier können wir runter. Hier gibt es einen... Gibt es einen Leiter zum Strand. Ich glaube, das ist eher, wenn man fällt. Okay, wo jetzt lang? Weiter im Wald erkunden, bis wir diese zwei... Hier liegt Geld. Oh nein, das ist eine... Das ist eine... Eine Tintendinger. Hier hinterm Stein. Ah, man kann sich setzen. Da liegt Tinte. Setz dich mal. Oh, cool. Das ist ein sehr flashy-Sign für jemanden, der sagt, sie lieben Besucher. Die Belohnung, die man dafür kriegt, so dermaßen Scheiße, dass ich... Nichts darauf gebe. Okay, wir stehen wieder auf. Mit F. Ja. Ähm. Du, Modi. Ich würde mir mal einen kurzen Kaffee holen. Ja. Kurz Pause machen. Das hatte ich auch vor. Ähm. Hier geht es, glaube ich, weiter. Wir können gleich hier weiter gehen. Hier geht es noch weiter. Jetzt den Berg hoch. Ja, gut. Dann warten wir einfach mal hier. Kurz Pause. Bis gleich. Kurz Kaffee holen. Wie dumm sind wir eigentlich. Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann nach oben. Okay. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Lied zurück und klauen herumschlüsseln. Ja. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus. Wollen wir nicht... Wollen wir nicht doch drüben bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig, oder so. Wie aus Entma bricht aus, um Entma so mit auszuzitieren. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann... Sonst vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Zeit hier öffentlich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestützer am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause sind. Ja. 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 Ich glaube, ich trocknen mir auch ein paar Arme und Beine. Ja, nein. Ja. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mal das Baumfern mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum sollst du das nicht tun? Ja. Ja. Die Sekundensitzung. Ein bisschen der Frank gefühlte Stimme. Gute Nacht, Eilers. Lovegood. Jetzt bin ich nur kurz drin. Oh, das ist der... Das ist der... Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Das kann ich euch mal zeigen. Damit kann man... ...etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Kommt hier mal an. Schaut mal, wo wir sind. Die Grüffen der Gemeinschaftsraum. Die Grüffen der Schlafszieher, um genau zu sein. Ein paar von den Grüffen der Gemeinschaftsraum. Wir haben uns reingeholt. Ich hoffe, wir kommen hier nach Bonsheim. Die Grüffen der Gemeinschaftsraum. Wir haben jetzt sogar Flo-Pilber gefunden. Können wir jederzeit hier hin, oder was? Wir haben jetzt... ...ein fast kopflose Ding hier. Fast kopflose Ding hier. Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Die Grüffen der Gemeinschaftsraum. Sie als Hufflepuff hier jemals sein würde. Oh. Freiheit. Ist draußen, was da nicht drin ist. ... Es muss doch irgendein Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Mit etwas, was meinen Vater entlastet, ... und Dr. Marcelles falsches Spiel aufwendet. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Ah. Und wie man dieses Ding hier klärt. Nein, sorry. Er hat immer gefragt, ob du überhaupt unterfahren kannst. ... Woher bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht ich dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell, was in deiner Dimmelsäule als Foti ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein! So ein frecher Puss. Nein! Nein! Du bist unten in den Mittag von deinem Ketchup jetzt weiter. Nein! Wir sind jubeln gemacht! Wille! Ich habe gar nichts gemacht! Einmal! Er wollte mich nur beschützen! Er wollte mich nur beschützen! Ja! Nichts jetzt wirklich für deinen Ausreden! Nein! Nein! Ich bin Nick! Felsding! Felsding! Der scheiß Vater. Geht er jetzt einfach! Was willst du denn Kinder nicht wehtun? Fass du immer sofort! Ich sehe jetzt nicht mehr so vielsing. Determinen, bevor sie sich alles ansitzen. So etwas kann ich nicht sehen. Und dann blöd. Du bist das nicht mehr. Mami! Ich habe Angst vor dem Monster. Mami, sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süße. Stimme, alles gut. Stimme, ich muss. Stimme, wirjenst nicht, wirjenst nicht. Stimme, wirjenst nicht. Hallo, ich bin, Sie nehmen mir den Schicksal. Das ist nicht die eigene Kmale. Das ist nicht die eigene Kale. Das ist nicht die eigene L Duchesine. Das ist nicht die eigene Korde. Das ist nicht die Art und die Rufshintheit. Das war jetzt ein uhrerisches Gesicht. Lass uns gehen, komm, lass uns gehen. Oh ja, ich darf. Mist sein. Ja, heu doch nicht rum. Komm, angefasst. Ja, vermisst dich. So. Dann wollen wir mal. Na ja, Mutti hat wieder Geburtstag oder was? Hm? Kommt hier grad ein Geburtstag wiegt. Na ja, ich glaub du hast nochmal August Geburtstag, oder? Ja. Das ist traurig. Oh, deine Frau. Also wirklich. Ich hab den Geburtstag mir abgespeichert. Ach, hier ist schon wieder so ein Leiner. Ich glaub ich muss nochmal lang. Oh, da kommen wir wieder zurück. Typ zurück. Sicher? Ja. Sind wir im Kreis gelaufen? Ja. Das ist, glaub ich, die Leine, die wir erst genommen haben. Hm, ne, wir kamen doch. Nein, wir kamen von hier, von dem Haus. Da drin ist das Beleidigungsfechten. Oh. Tja, ähm, also wieder zurück oder was? Wir sind sehr intelligent. Ja, wir gehen wieder zurück und gehen weiter den Weg lang. Ja. Nee, Profs Geburtstag war im April, im August. Dein Geburtstag, den hab ich mir auch im Webgespräch gespeichert. Irgendwo, in irgendwelchen Kalendern steht er sicher. Ich guck mal auf der Karte. Irgendwo steht da. Das ist ein Nibbelstack. Fynnigende irreleu. Drei ist lang. Nach links. Ich guck mal auf die Seite. Tja. Weder kann. Na links. für irgendjemanden der heute geburtstag hat irgendjemand hat heute über ganz bestimmten geburtstag mindestens drei leute auf der welt ich bin mir ganz sicher einer aus grons zuschauer schafft hat heute geburtstag also das kann ich mal so unwahrscheinlich eine von grons abonnenten natürlich geburtstag es sind das nicht diese es nicht diese lustigen bots die immer sehr pralle backen auf den profilbildern haben keine ahnung was ist das von den ich glaube ich wollte reichst du kommst du kommst du kommst du kommst du kommst hier zu feiern dann beleidigungsfechten let's go wenn du gehst ich spiele eine andere sword fight jetzt sehen wir wie krudig du kannst Ja, dann mach mal. Ernsthaft Kampfmusik. So traurig. Sie mussten kämpfen. Wenn ich dich wäre, würde ich aufgeben. Mein Schwerkzeug wird dich verletzieren. Du kannst nicht komplett verwendet werden. Du bist so dum. Gehen! um if you're going to insult me make it quick Ich werde dich entfernen von mir kurz. Wenn ich dich wäre, dann würde ich mich verletzen. Keiner hat mich in den Kampf gemacht. Ich warte! Oh, ich werde besiegt. Ja, weil du immer das Volk auswählst. Du musst dafür Zeit lassen dir. Wenn du was machst. Komm, find mich, wenn du bereit bist, wieder zu versuchen. Richtig. Richtige Richtung, oder? Gehen wir wieder zurück? Keine Ahnung. Wir gehen einfach. Irgendwo werden wahrscheinlich kommen. Brücke? Ja, hier ist wieder der Schädel. Ah, der nächste kommt. Okay, lass mich das diesmal machen. Okay. Lass mich das diesmal machen. Ich spiel Musik. Ja, den nächsten darfst du dann machen. Ich denke, du kannst mich treffen. Lass uns jetzt herausfinden. Du hast nicht genug, um meine Füße zu lachen. Hey! Keine Ahnung! Ich finde es schade, dass man keine Gegenstände auf die Maus legen kann. Ich habe schon versucht, bei manchen Spielen ist das. Du wirst mich insulten. Mach es schnell! Oh, sehr wichtig. Oh, so this is your first time? Oh, so this is your first time? Oh. Oh, so this is your first time. Oh Ich bin hier nur der Bader. Baderische Inspiration. Los, du schaffst das. Baderische Inspiration. Und was den besiegt. Scheinbar. Darfst du dein Schwert mitnehmen? Nee. Schade. Nein, das ist nicht bald, wo du alles luken kannst. Ah, schade. Es läuft nur gerade so auf dem Boden, deswegen dachte ich mir... Es wäre sowieso nur ein Skin. Oh, die Bäume könnten das sein. Aber auch nicht. Vorher ist der Job immer drin, genau. Vorher ist der Job immer drin, genau. Vorher ist der Job immer drin, genau. Und so ist er auch angefangen. Nächster Kampf, den darfst du machen. Wo ist er? Ah, hier. Jetzt ist er auch. Oder was? Ich finde, wir sollten einen Schwertkampf mit der Kläraufführung. Kannst du es versuchen? Hey! Ich habe einen Knochen mit dir zu holen. Oh, oh. Ich bin hier, um deine Leben zu nehmen. Ich bin hier, um deine Leben zu nehmen. Ach so, Erwiderung. Was hat er denn gesagt? Gut, Chuck. Wenn du zuhörst, dann wirst du es. Er hat wohl geklappt. Möchtest du das? Hey, du sollst sie zuousen. Was kommt immer in die Knochen? Warum wird es ja nicht dazu? Was ist denn das? Ja, ich habe ordentlich ausgedacht. Ah... Meine Verhältnisse haben sich völlig ausgemacht. Ah... Lieber die Welt. Um die Zeit des Tages mit uns zu machen. Ah... Ich werde den Kürzer von meinem abkratzen, schön, den Kürzer machen. Tja, das war wohl nix. Find mich wieder, wenn du bereit bist für eine richtige Kampf. Sieht so aus, dass du etwas mehr Trainings benutzen kannst. Oh hey, hier ist die Villa. Ja, oben ist der Ostguck. Ach, hier sind wir wieder. Ja, soll ich gucken, wo die Schatzjagd anfängt? Ich guck mal nach. Ach hier, das ist der Weg nach unten. Ja, aber das führt woanders hin. Ich gehe nach unten. In den Wald. Da geht's, wenn wir mal in den Wald reingehen. Da geht die Schatzjagd bloß im Wald. Ist da ein Wald? Ja, da ist ein Wald. Ist da ein Wald? In diese Richtung. Dann nehmen wir die Leinen zum Wald. Ich bin fast da. Hier ist ein Wald. Da sind wir doch... Da sind... Da ist das Tor. Tatsächlich. Ja, hier. Moment. Wir müssen jetzt mehrere Wege. Wir müssen die richtigen Wege gehen. Guck einfach in das Buch, bitte. Hüpft zur Musik. Gut. Moment. Ich werde was tun. Und welche Seite? Ich skiff einfach durch. Du wirst es sehen. Wie plätzerig. Mit Q und E. Mit Q und E. Ja. Wir sind jetzt noch einmal hier drin. Wo ist die Scherzkarte? Gut. Blätter einfach durch. Ich habe die Karte mit Säbel. Schauen wir mal mit Säbeln drauf. Gegner finden. Nein. Tanzt den Monkey. Tanzt den Monkey. Hüpft zur Musik. Verpasst dir nicht die Zeit. Seid am Waldstor bereit. Okay. Du musst jetzt hüpfen oder was? Vielleicht. Feuer anzünden hier vielleicht oder? Nein. Feuer anzünden ist es nicht. Tanzen hat nichts gebracht. Musik bringt nichts. Dann guck. Gehen wir einfach. Hier. Was ist die Zeit? Tatsächlich hier. Du hast gerade verpasst wie Guybrush hier einfach lang gelaufen ist. Geist in Form. So. Okay. Dann war es erst nach rechts. Schwinge nach rechts. Dann gehen wir das bis zur Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Wo als nächstes. Du hast das Buch. Warte. Schwinge dich nach links so schnell wie du kannst. Tanze zum Camp. Und zum Camp müssen wir gehen. Äh nach links. Hier. Durch die Brücke und dann zum Camp. Schwinge dich nach links. Nach links. Das heißt hier lang. Hier ist kein Camp. bis zur Gisten vor. Aus der Wiese. Einsbergarst du doch noch kurz vor. Die Brücke. Bitte. Schwinge dich nach links. Ganz schnell wie du kannst. Tanze zum Camp. Das ist der Plan. Natürlich hier. Das hier ist wirklich nach links. Das ist eben schon da. Hier ist ein Camp. Ah. Hier ist ein Camp. Das ist geil. Ganz was gewesen. Also. Nahrung zum Kochen benötigt. Ich habe keine Nahrung. Nein, wir haben nicht geangelt. Ich habe geangelt, aber ich habe nichts gefangen. Okay, nee, hier ist viertens. Über den Staunen unter den Ästen Ruf zum Heim Volle Blumengelb Oder was auch immer. Musst du mal lesen, vielleicht kannst du es lesen. Über den Sternen staunen Moment. Hier. Über den Stamm unter den Ästen. Über den Stamm unter den Ästen. Der Stamm unter den Ästen. Über den Stamm, hier geht es über den Stamm. Juhu. Oh, und unter den Ästen, ja. Das passt. Und hier sind die gelben Blumen. Und da ist wieder Kollege. Schön. Ruf zum Heim von der Blumengelb. Fünftens, wirble und kreise, bis es, bis einer es sieht. Dann tanze zum Licht, zum Zeichen in den Bäumen. Was? Das ist irgendwie so ein Schild mit, mit einem, mit einem Baum drauf. Wirbel und kreise, bis es einer sieht, dann tanzt zum Licht. Also zum Licht, ja. Hier ist das Licht. Und hier müssen wir graben. Ja, da vorne. Ja, zeigt es ja an. Wo ist die Schaufel? Äh, die Schaufel befindet sich in deinem Inventar auf Nummer 5. Ich hab was gefunden. Maden. Ja, schön. Ich hab hier die Kiste gefunden, weil ich darauf geachtet hab, wo man graben muss. Mal wieder. Du darfst ihn öffnen. Äh. Was ist drin? Teil 2 der Karte. Hurra. Nie erinnend. Ich hab ein bisschen gekotzt. Herzlichen Glückwunsch. Hier endeten einst die Prüfung. Aber zu ehren. Und die Herausforderung und die Bedrohung erhöht. Ja. Und diesen neuen Schrauben. Woher gehen uns die Shirts aus? Offizierter Schuldschein für die legendäre Prüfung. Götifahrt. Ein T-Shirt zur Erinnerung. Bei Hannes kann man die Insel Midday Island derzeit aufgelöst einlösen. Aha. Aber wir kriegen kein T-Shirt. Das ist ja blöd. Ich will ein T-Shirt. Oh, hier ist ein neuer. Zum Waldestor tanze da hin. Das ist eine weitere Pest. Das ist eine weitere. Zum Waldtor zurück. Ich will ein T-Shirt haben. Für den Charakter. Du brauchst noch T-Shirts mit Zinschirpen. Ja, das kannst du dir kaufen. Für 19,95. An der Zoll. Ich dachte, das gingen wir am Ende, wenn wir abgeschlossen haben. Nein. Wenn wir es abgeschlossen haben, kriegen wir jetzt Deko-Gegenstände für das Schiff, die wir nicht benutzen können. Weil wir kein eigenes Schiff haben. Weil wir davon kein Geld ausgeben. Und ganz am Ende kriegst du ein Schwert. Mhm. Immerhin. Punkt. Im Gegensatz zur Flucht der Karibik, wo du für Schwachsinn... Aber wir haben... Bei Flucht der Karibik... Bei Flucht der Karibik kann man einen mega starken Schwer bekommen. So ein Dreizack. Diesen... Blitzeschleudern und ein Dreizack, das war schon... Nicht übel. Ja, der ist immer noch drin im Spiel. Pass auf zum Walzturm. Dann noch einmal den zweiten. Ja. Wo ist denn das? Äh, das ist am Anfang. Oh nein. Ich bin gefallen. Wieso bist du gefallen? Ich bin... Ich bin hoch bei Umsturm gerutscht. Und wozu hast du das gemacht? Weil ich... Ungeschickt bin und gefettfingert hab? Okay, ich bin noch nicht beim Walzturm. Ich laufe dich, glaub ich, im Kreis. Ah, hier ist das Walzturm. Das ist schön. Ich komm hier, glaub ich, nicht mehr raus. Dann töte dich. Und despaune. So, ich hab hier den... Zum Walzturm, tanz da hin. Dann tänzle deinen Weg. Zur Künstlerhütte hin. Aha. Soll ich schon mal anfangen? Moment, hier komm ich auch. Ich bin für mich, aber ich muss tanzen. Jemand muss hier tanzen. Nein, das ist nur... grobe Questbeschreibung. Du musst nicht tanzen. Sicher? Ja. Die Künstlerhütte ist hier. Ah, okay. Klingen weisen den Weg, bloß nicht auf. Klingen weisen den Weg. Sind hier irgendwo Klingen? Zum einsamen Barben müssen wir. Oh ja, tatsächlich. Hier sind... Hier liegen... Nein, das sind Pinsel. Das sind keine Messer. Oder? Also, Pinsel. Ja. Müssen irgendwo Klingen sein. Dicken... Klingen weisen den Weg. Zum einsamen Wagen. Irgendwo muss ich ein Wagen rumstehen. Habe ich da nicht schon eingefunden. Irgendwo. Oh, die Smurry. Dann mach mal eben die Dinge in Star Quest. Ich dachte, wir sind doch Schatz. Ich suche nach dem Wagen. Das ist der Zirkus. Das ist doch eine Idee, wo die Klingen sind. Und wo lang müssen. Hintern Pole. Oh, wir müssen einfach hier lang. Damit wäre cool. Und hier ist Klingen barben. Klingen weisende Wege, ja. Logischerweise klingen weisende Wege. Ach so, diese Klingen weisende Wege. Wir haben ja gekämpft. Ja, ich mach mal kurz. In die Richtung oder in die Richtung? Ich mach jetzt erstmal den Schwerdkampf im Moment. Redest du die Menschen oder was? Ja. Ich muss irgendwo der Wagen sein. Zum einsamen Wagen. Ah, hier sind die Klingen. Und die weisen Weg. Und ich hab den Wagen gefunden. Ich geh noch nicht hin. Ich warte auf dich. Neue Beleidigung gelernt. Ich sei schon. Du hast auch Schritt Nummer 2 über... Du bist mit Schritt Nummer 3 weitergegangen. Schritt 2 war... Richte deinen Blick auf den Laternenmast. Tanz nach rechts zu der je gefallene Seele. Ja, da bin ich gerade. Schritt 3 ist die Klingen... Klingen weisende Wege. Mann. directamente spannet. Neverzeit. Du hast nicht hin. Das ist jetzt. « Ja, kommst du? Sofort. Schau mal, hier sind die Klingen, zeigen in der Richtung und hier ist der Waden. Und jetzt geht es hier weiter, drehe dich auf der Ferse, mach bloß kein Mist, 2 Euro Tod, riesen Makine Fahrt. Ah, also hier lang. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Also hier irgendwo vor der Richtung nachher. Also hier graben. Ich raten müsste, würde ich sagen, hier. Gerichtstod. Noch einmal. Andere Seite. Kannst du es auch nehmen? Nein, irgendwie nicht. Natürlich nicht, jetzt haben wir einen Bug. Ah, okay. Hat ein bisschen gedauert. Wir müssen das gebracht. Gut, was ist hier der erste Punkt? Holprige Brücke. Ah, das nächste Rätsel. Oh Gott. Wie viele von den Rätseln gibt es noch? Ich glaube, es gibt insgesamt drei. Hier ist aber die Brücke. An der heutigen Brücke beginne den Tanz. Dann den Fahrt Richtung Süd. Dann bist du. Hier ist die Brücke. Hier ist die Brücke. Hier. Fahrt Richtung Süden. Moment. Wo ist Süden? Keine Ahnung. Du hast den Kompass in der Hand. Auf deutsch gesagt Richtung Süden. Einfach über die Brücke gehen. Cool. Aber du hast den Kompass. Eine Gabelung des Wegs. Zwei Straßen in der Nacht. Tanzt den Weg hinab. Den der Baum erhält. Okay. Wir müssen eine Laterne an dem Baum finden. Ja. Er ist hier. Warte. Ich komme mal. Ich habe vorhin auch auf dich gewartet. Ja. Alles gut. Okay. Tanzt durch den Wald. Schlängel dich. Umringt von Bäumen. Tänzt zur Stelle, wo die Leuchten... Ja. Okay. Hier. Hier. Schlaflage oder so. Aha. Ein langer Rast. Zu den fernen Lichtern. Hm. Gut. Also da hin. Dann. In fernen Lichtern. Aha. Ja. Zu Mithook. Und dann... Ich denke hier. Und dann nach rechts drehen. Das heißt hier lang. So. Nach dem... Baum der Liebenden am Fuß des Jügels. Und das Herz. Und unter dem Herz musst du graben. Ja. Also hier. Fantastisch. Uhu. 2500 Euro. Ich bin da durch. Und da jetzt kann ich schon tun. Sehr schön. Alter. Wie viele gibt's denn noch? Ach du Scheiße. Tanz zum Leben der Monkey Teil 3. Tanz aus dem Herzen Südwest zerbucht. Dann saust durch die Luft nach der Degende Art. Ah. Gut. Wir müssen... Wir müssen nach drüben. Alles klar. Mhm. Die Folge. Sicher dass wir dann nach drüben müssen? Es ist Südwesten. So. Bucht. Dreh den Rücken zum Mond. Schau nach unten tief. Tanzt du... Sechs Flaggen. Schein der Fackel. Moment. Ich bin noch... Ich bin hier grad drüben. So. Flaggen müssen wir finden. Solche Wimpel. Dreh den Rücken zum Mond. Und schau nach unten tief. Drücken zum Mond. So. Okay. Nach unten müssen wir gucken. Tief nach unten. Ah. Wahrscheinlich dann tatsächlich hier oben hin. Ja. Wir müssen ja nach unten gucken. Sechs Flaggen müssen irgendwo sein. Ja. Weiß denn. Natürlich. Achso. Diese sechs Flaggen. Ahja. Die Wimpel dort. An den Wracks vorbei. Kannst an den Wracks vorbei springen wir durch die Nacht bis zum... ...Mahle eines Monsters. Sie liegen um deiner Macht. Das ist das, was ich glaubt. Oh. Da wo der Herig gebrutt ist. Dann steh weg, hm? Ich weiß das Gefühl. Hier lang? Ich rate mal einfach... Ich würde tatsächlich sagen hier unten hin, oder? In der Brücke würde ich sagen. Ja. Stimmt. Da war ein Troll, da war... Wo der Troll nicht erst. Der rote Herig und so. Hier muss was sein. Ja, genau, hier. Über die Brücke zum kaputten Karren. Dann dreh dich nach rechts. Spiel das Licht, fass und mut. Der Karren ist da vorne. Zum Licht. Spiel das Licht, fass und mut. Da ist Licht. Das ist grün. Schnüpf durch die Felsen. Das war wirklich Fallen tanzen in der Wärme in den Laterne scheinen. Da sind wieder Laterne hier wahrscheinlich. Und unter die Felsen. Schnüpf durch die Felsen. Ich mach den Kampf. Guck, du weiter. Zeit für eine andere Kampf. Jetzt entletzt das mal graben. Das ist cool. Stüpf durch die Felsen. Das war wirklich Fallen tanzen in der Wärme in den Laterne scheinen. Das müsste hier unter der Laterne sein. Versuch es mal unter der Laterne zu graben. Ja, dann graben wir. Könnte auch falsch sein. Ich hasse nicht diese Steuerung. Ich glaube, hier ist nichts. Vielleicht hier irgendwo. In der Laterne scheinen. Das ist ein bisschen... Ich hoffe, du wirst nicht gewinnen, ohne eine gute Insultation. Hier ist der Wagen. Ich verstehe nicht. Ich bin glücklich, dass du dich in Kontakt mit deinen Eltern stehst. Der Wagen steht da hinten. Ich holte jetzt gar nicht die Kuss im Kern. Ich habe nach rechts erschörendes Licht. Ich gehe nach rechts. Ah, hier ist das Licht. Tod lang. Ich hoffe, dass es mehr ist, wo das kam. Und hier ist auch eine Laterne. Schlüpft durch die Felsen, Alter. Warum war das? Das ist wirklich fein, tanzen in der Wärme. Unter dieser Laterne bis heute Abend. Oh, ich habe was. Ich warte auf dich. Mit dem Öffnen. Ja, das dauert hier noch ein bisschen. Grüne Truhe der legionären Schatzsiegerei. Ich bin gespannt. Ich gehe durch die Felsen durch. Hast du es? Ja, ich habe es. Dann komm mal zu mir. Sofort, Moment. Moment. Hm. Dann ziehe ich die Kisten unter der Laterne. Oh, eine Göhle Statue. Trophäe der legendären Schatz Du bist jetzt aufgewohnt Oh, ein Portal Warum? Es ist noch mehr spektakulär Und es wird ein guter Ingeteilt für einen exquisiten Elixir Auch Auch Du hast noch nicht gewohnt den legendärischen Trophäen Ein wertvoller Idol jetzt liegt in den Händen eines ungewöhnlichen Trickster der muss sein bevor es kann werden Keine Keine von den legendärischen Trophäen in der in der wunderschönen wunderschönen in der in der in der Warte zurück, um eine Karte kaufen. Okay, wir müssen tatsächlich Stan irgendwas abkaufen. Er will doch nichts kaufen, er will doch nichts. Wir müssen erst alle anderen Schiffe noch befragen. Stimmt, ich habe ihn nicht befragt. Ich war nur auf den Schiffen, dann mach du schon mal. Stans. Ich glaube, dass Stans beruflich sind. Aha. Oh. Ja, sie ist lieblich. Ich will sie bei einem Discount, weil niemand ihrer Kanon ist in der Operation. Kaufe das grüne Schiff, Motti. Kaufe das grüne Schiff, wenn du kannst. Das grüne Schiff hast du auch schon. Sander. Ich glaube, die gehört hier nicht her. Die gehört hier nicht her. Das grüne Schiff gehört hier nicht her. Black Curl. Äh, ja. Magnifisch, nicht sie? Das ist einer der größten und schmerzlichen Schiffe in der ganzen Karibäne. Und definitiv nicht ein unverlässertes Goppe. Ich weiß, was du denkst. Wie wird Stan mit einer Schönheit wie dieser? Na, ich bin Angst, dass ein guter Entreprenieur nie veröffentliche Tradessehörungen. Was das ist, ist das grüne Schiff. Das grüne Schiff auf den Wagen und sieht beeindruckend aus. Hm. Und definitiv größer. G sequencing. Und genau. Und jetzt. Ich bin grünes Schiff. Was kann ich еще ни zeigen? Und bevor du dich fragst, die reale Sache ist unter Lock & Key in meinem Büro. Ich will nicht, dass du keine Druck fühlst. Ich verstehe. Kaufen ein Schiff ist eine große Entscheidung. Es ist wie ich immer sage. Kleiner. Das ist ein bisschen... Wir müssen in sein Büro, hat er doch gerade gesagt. Und hier, wenn wir ins Büro gehen, da steht hier... Mordi, hier steht vor der Stance Büro Schlüssel. Das heißt, wir müssen hier irgendwo das Stance Büro Schlüssel finden. Dann musst du hier irgendwo rumliegen. Oder... Nein, wir müssen ihn mit dem Schlüssel klauen. Und wie soll ich das anstellen? Wenn du etwas, das du möchtest, ich bin gerade am Durchlesen hier. Für fünf Minuten ruhig sein könntest du... Beziehungsweise nicht ruhig sein, sondern du musst nicht gehen würdest. Sehr sehr angenehm. Kauf ein Schiff ist eine große Entscheidung. Kauf all die Zeit, die du brauchst. Na, das ist warum das... Leider kann ich kein Ziel nehmen. Nein, nein, nein. Aber hey! Das sollte... Du wirst... Du wirst ein Journal finden, damit wir jetzt befragen können und dann etwas anderes machen. Hä? 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 Was soll diese koptische Scheiße? Da musst du doch irgendwo hier seinen Schlüssel haben. Ja, in seiner Tasche. Wie jeder normale Mensch. Deshalb müssen wir ihn irgendwie beklauen. Das ist doch die Hauptaufgabe. Das wurde doch sogar in der Zwischensequenz, wie du wahrscheinlich wieder gehört hast. Nicht... Sogar erstdrücklich gesagt. Hm. Oh, sorry. Can't let you into the office. Hier. Mach mal auf hier. Ich muss mich korrigieren. Na... Mach auf hier. Wie kannst du überhaupt irgendein Spiel spielen und überhaupt streamen, wenn du so unfassbar unkonzentriert bist? Das tut mir leid. Du kannst den Schlüssel nicht nehmen, wenn es deinen zuschaut. Lenk ihn mal ab. Sprich mal mit ihm. Das wird nichts bringen. Tu es trotzdem mal. Quatsch mal mit ihm über Schiffe. Quatsch mal mit ihm über Schiffe. Molly. Ja? Kann ich jetzt nicht. Wieso nicht? Gut, ich kann es mal versuchen. Was ist denn? Dann sehen wir was gleich passiert. Dann sehen wir was gleich passiert. Wieso nicht mit ihm? Wieso nicht mit ihm? Wie geht's mit einem kleinen Sprechungshof? Kannst du mir... Stan ist nicht da. Kann ich noch nicht nehmen. Dachte ich mir. Hm. Wie hast du ihn denn gerade geholt? Weil er gerade anwesend war. Kannst du ihn nicht holen, sobald er anwesend ist. Hä? Ja, weil dann die Sequenz startet. Davor ist halt war keine Interaktion da. Ich konnte ihn gerade kurz stehlen. Und jetzt habe ich ihn nicht. Hä? Da standen gerade Schlüsse stehen. Es ging gerade kurz. So. So. Nur im Grund. Fürchte ich auch nicht. So. So. Oh,舒服! Wir müssen irgendwo auf dem Ruderboden stehen, auf dem steht davor. Ich unterhalten. So. Hier tatsächlich. Gut, dann muss ich ihn noch darüber fragen und dann können wir weitermachen. Bei eben gerade ging es ganz kurz, während du da drüben warst. Aber wir brauchen ja das Ding hier, oder nicht? Hey, wie geht es noch ein kleines Wettbewerb? Wow, du wirst wirklich rund. Ah, das ist einer unserer Compact-Monten. Aber was sie braucht in Kapazität, macht sie für Inconvenienz. Zuerste Starr-Feature ist der Drink-Dispenser, auf der drüben. Warum zählen Sie all den Weg nach einer Tavern, nur um Ihre Tanker zu füllen, denn Sie können Grog-On-Demand haben. Unfortunately, I can't sell this one right away. Some loud jammed a tabloon in the coin slot and we waiting on replacement parts. Such a pity. I'll just be squeezing past now. When you've made a decision, I'll be here. Gut, jetzt haben endlich die Dialog-Opcjum frei-Schiffe zu kaufen. Trzyzyzyklan-Kręcimalone ist. Kaufe das grüne Schiff. Hm. Gut, wir müssen zum Meat Hook und dann ihm das Schiff klauen. Also, abkaufen, indem wir seine Quest machen. Gut. Gott, ist das eine lineare Scheiße. Was hat Meat Hook damit jetzt zu tun? Er hat das Schiff gekauft. Was wir wollen. Warum auch immer wir das wollen, aber... Wir gehen jetzt zu ihm und gucken, dass wir den Schiff irgendwie kriegen. Und an dem Punkt wird uns beiden Körber und Point-and-Click-Adventures nicht so aussehen wie Sea of Thieves, oder? Ja, warum Monkey Island funktioniert, aber Monkey Island Sea of Thieves nicht? Also, es funktioniert schon, aber es ist halt... ...langwierig. Weil du halt wirklich überall hinrennen musst. Weil du halt durch die Welt rennen musst. Und das ist halt bei vorhin den Click-Adventures... Na gut, du musst schon ein bisschen durch die Welt laufen, aber es ist halt... Ich habe dir bereits gesagt, dass wir geschlossen sind. Wenn du hier bist, um in der Terror des mörderischen Wing-Deptory... Er hält das Land hier. Ha, 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 ha! Auch wenn du es kannst, wow! Okay, lasst du... Wir müssen uns das Cap kaufen. Wir brauchen die Käse. Gebrauch'n Hebe. Und find'n Hebe. Gut, wir entfernen die Entermesser. Und hol'n Holz. Holz zur Reparatur benötigt. Hm. Ich hab' Holz. Aber wir brauchen'n Hebe. Einen Griff für die Hebe-Reparatur, oder nicht? Und zieh' irgendwo... Ich reparier' jetzt grad' hier das Ding. Jetzt kriegen wir gleich mit, was er gleich sonst noch will. Jetzt ist doch immer Ton benötigt. Ist noch nicht repariert. Ja, ich weiß. Ich hab's auch gerade gelesen. Hier ist... Noch mehr, du kannst auch gerne eins holen. Wenn du möchtest. Äh, wo? Ach so, hinterm Haus. Ja, natürlich hinterm Haus. Ja, ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Das bin's vielleicht als Hebe benutzen. Jörg'in. Ich hab's... Die Tür ist gebrochen. Wir brauchen eine Art Handel, um ihn zu reparieren. Was auch stärker. Der Drift wird nicht 5 Sekunden dauern. Geh und sehen, was du findest. Das ist... das passt so aber nicht. Der Baum steht noch. Ja, ich habe ihn leider auch schon. Das ist aber nicht korrekt. Wir haben einen Ast gefunden und der Baum steht noch. Das ist ja... Verrückterweise müsste er jetzt gut sein. Okay, hör auf. Der nächste Teil ist der wichtigste. Ich brauche dir, um mir etwas konzentriertes Bananengreis zu bringen. Es muss der Bananengreis sein. Du hast es zurück. Okay. Was für ein Ding müssen wir? Bananengreis? Bananenfett. Und wo zum Ende finden wir das? Keine Ahnung. Oben hat er noch irgendwas. Ja. Cool. Ich habe eine Kiste voll nichts. Aha. Ich kann dir aber schon mal sagen, wie spielen wir... das zweite Ding spielen wir heute nicht mehr. Wenn wir das eine schaffen, das schon... Wir sind schon gut, wenn wir das heute schaffen, wie das eine. Das andere können wir gerne nächste Woche machen. Schauen wir mal. Irgendwann müssen wir auch noch Podcasts aufnehmen. Das seien wir von dem Podcast komplett beerdigen. Wollen wir doch eigentlich, oder? Wir kommen eh nicht dazu hinzumachen. Boah. Dann müssten wir aber irgendwann noch mal eine letzte Folge aufnehmen. Einfach sterben lassen. Oh, hier geht's hoch. Wo geht's hoch? Hier. Ich meine, da hätten wir mehr Zeit für Sachen wie... wie Monkey N.C.F.T.E.L.S. spielen oder... Ich hätte auch gerne mal... Es gibt auch ein paar Sachen, die ich mit dir auch noch mal spielen würde. Ja, sowas wie... Werft oder so weiter. Na, Werft eher nicht so... Da hätte ich eher nicht so Bock drauf, aber... Hier ist irgendwas. Was Großes. Werft ist super. Äh, ja, das ist die Bestie. Da müssen wir noch nicht hin. Ich gucke, wo es die Bananen gibt. Moment. Ich habe keine Ahnung, wo es die... Ob mir die Bananen gibt. Ich kann mich an keine einzige beendern. Auf Monkey N.C.F.T.E.L.S. Bananen. Aber es ist eine andere Rinse. Es... Ist irgendwo im Haus. Der Werft würde ich erstmal aufschieben. Vielleicht haben wir irgendwo andersrum... Das Spiel... Erstmal müssen wir das hier spielen. Wie hieß nochmal das Spiel... Mit den... Mit den... Alten... Alte Männer in Melkmaschinen. Was? Just Die All Written? Das wo du alles... Nein, das wo du... Alles in diese Melkmaschinen einspannen kommst. Keine Ahnung. Das hätte ich auch da. Dann gab es doch hier so einen... Feefarben. Das wäre doch... Das wäre doch... Das könnte man uns auch mal angucken. Das ist doch einfach... Das ist doch einfach nur wieder eine... Sehr schlechte Version von... Deans... Von... Äh... Stardew Valley. Aber wir finden schon Sachen. So, wo sind die... Wo sind die Bananen hier? Es gibt doch irgendwo Kisten. Keine Ahnung. Die man öffnen kann. Ja, da hinten. Ja... Tatsächlich. Und da war ich doch eben. Da ist Bananenfett. Hier ist Bananenfett. Bananenfett... Und dann... Du hast ihn. Du hast was gesehen. Was ist ein Mann. Bist du nicht? Du kannst dich wegwerfen, wenn du in der Reise gehst. Glück für dich. Es ist ein Schanty, der hilft, sich zu kümmern, seine kümmerlose Rage. Ich habe das Lied geschrieben... irgendwo... Das ist auch nicht schlecht. Wenn, dann sieht man keine Musik. Safe. Ah, cool. Jetzt können wir das Kissen bewegen. Toll. Aha. Beschwörung der Bestie. Mit welchem Instrument willst du spielen? Niemals wieder. Ich habe hier schon die Klampfer. Ähm... Mit Q und dann R kannst du es auswählen. Ja, aber... Beschwörung der Bestie ist hier nicht dabei. Ähm, es müsste Be Calm-Type sein. Warte kurz. Nein. Okay, dann wird es wahrscheinlich wieder ein Event-Ding sein. Was wir nur da oben machen können... Ah, hier. Die Bestie-Beschwörung 1. Hier habe ich es. Oh, wo? Ich musste zweimal auf F drücken. Ganz hinten als einziges. Oh, lol. Stimmt das nicht? Ganz doll versteckt. Warte ab, noch nicht spielen. So, hier sind wir. Let's Play. Moment, warte. Wo der Instrument? Okay. Hä? Das war aber kein man gerne in den Lied. Ist das verkehrt, oder? Nein. Die Bestie. Die Bestie. Ach, wir müssen spielen oder folgt uns, oder? Kannst du das mitnehmen? Ah, ja. Die Bestie entdeckt. Die Bestie entdeckt. Kann ich steigern. Ich kann es aufheben. Schade ist dir hier nicht jemand, die einen Titelmelodie als spielbares Lied genommen haben. Nur eine verpasste Chance. Ich glaube auch nicht, dass wir das Lied behalten dürfen. Ich glaube auch nicht, dass wir das Lied behalten dürfen. Das großgefährliche Biest. Sperre es ein. Oh, ich glaube nicht. Du hast die Götze. Die Geheimnis. Die Schirrod-Dessität, um das Lied zu schreien. Das Lied haben wir eigentlich schon. Zurück in die Kapitänität. Und du bist noch lebend. Jetzt, ich kann meine schraubten Träume und diesen Ort machen, die Tourist-Trap, die es immer bestätigt war. Hier, mach meine Böcke. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ich bleibe hier, auf Hook Island, um die Biest. Und in die Silber. Okay. Jetzt dürfen wir wieder zu Stan zurückrennen. Das hin und her gerne. Das hier ein bisschen. Na ja. Wir haben sich die Mühe gemacht und diese Insel fast halbwegs okay gestaltet. Wir müssen nur noch die ganzen Schwertkämpfe machen. Alle. Wir müssen nur noch die ganze Zeit können wir vielleicht um die herum kommen oder ist das eine der Aufgaben? Das ist eine der Aufgaben. Oh Gott. Mhm. Das ist eine lange Nacht. Wir haben eine Karte mit den Schwertkämpfern, wo wir hin müssen. Wir kommen und gehen müssen abklappern. Wir kommen. Wir kommen jetzt abklappern. Wir kommen in den Garten. Es gibt eine wahrgemerkende Verbindung. Es ist weshalb ich nicht mehr auf den Zettel sehen kann. Ich weiß nur nicht, wie ich mit mir leben würde. Wenn du sie möchtest, sie sind dir. Oder hast du eine andere Verkaufung gehabt? Schade. Nun wird nur das Idol hier geworben. Oder war das nicht das? Ach, wir müssen uns wieder durchklippen. Wie standen auf dem Helm des Schiffes, die Ruhel so stark, als du so stehst und so. Aber sag mir, hast du gedacht, was würde passieren, wenn das Ruhel so plötzlich explodiert und sich mit einem Millionen schwarzen Schorn? Ich sehe das. Ich kann nicht einen Preis auf das. Jetzt, hat noch etwas in deinem Augen gefangen? Jetzt weiß ich was du denkst. Du denkst, stand! Du bist so sparsig das Spiel. Willst du schon mal die Schwertkämpfe abklappern? Könnte ich mal gucken. Ich gewinne die ja nicht. Du musst ja auch nicht gewinnen, das geht nur um die Beleidigung. Das geht ja nicht, wenn ich nicht gewinne. Du musst sie nur auswählen. Ich schau mal, wo welche sind. Ich schau mal, wo welche sind. Gibt's jetzt hinten eine Karte mit dem... Aber einen davon haben wir schon geschafft, aus irgendeinem Grund. Und da haben wir alle geschafft, bis auf einen. Ich muss sie doch gewinnen. Ich habe einen gewonnen. Oh nein. Was heißt einen gewonnen? Ich kümmere mich dann. Sicher? Ich habe einen gewonnen, ja. Dann musst du noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du musst noch 8 Kämpfe gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich fange schon mal an. Ach, die Kämpfe müssen wir gewinnen. Es wird wieder so nervig, wie das Geld zu einmal. Dings. Ok, beim Zirkus sind es Zweier, ist der Schwertmeister. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich werde jetzt erst mal Stan ausrufen gehen. Ah, sehr schön. Warte, wir sehen was in der Hütte drum ist. Dann komm. Falls du ihn brauchst, er ist gerade im Schrank. Mhm. Wir sind uns einig, dass wir ihn in dem Schrank pinnen lassen, oder? Ja. Mein Muggellent haben wir das auch genauso gemacht. Im Grabeingeschäft ersperrt. Das Kassenbuch. Und das Tresor. Und der Tresor. Hast du eine Kombination für den Tresor? Steht das vielleicht im... Steht da eine Kombination drin im Tresor? Im Buch. Ne, aber das Buch ist super. Das steht drin. Preis ist kostenlos. Ok, cool. Wir öffnen wir jetzt den Tresor. Wir öffnen wir jetzt den Tresor. Gibt es so irgendeine Kombination? Wir hatten doch den Mut. Hier ist ein Tresor. Okay. Ich versuch mal was. Ich versuch mal was. Hier, ein Buch kannst du lesen. Hier bricht mein Tresor kurz. Braucht man das wirklich? Nein, brauchst du nicht. Vertraue dich. Ich hab den Tresor offensichtlich versehentlich geknackt. Aha. Das ist drin. Der Götze der vielen Hände für das nächste Eidle Ding hier. Okay, und das ist jetzt eine Nachmacher? Ja. Dann gibt es jetzt nur noch die Herausforderung mit den Kämpfen. Machen wir uns mal ran. Ja. Ah, das wird lustig. Ja. Ja. Let's go. Wie machst du hinter uns? Müssen wir aufholen, ne? Mach doch mal die Karte auf. Beim Zirkus müssen welche sein und sind da drüben drüben. Das drüben 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 drüben. Äh, das wir jetzt hier, das heißt, wenn wir jetzt hier die Bucht hochgehen, dann da oben das Ding machen. Haben wir das nicht schon? Ne, das habe ich vorhin verloren. Eins hast du schon gewonnen, welches davon? Das ist unten in der Ecke. Dann versuch, mach es mal. Oder? Ne, Quatsch, oh nein, es wird nicht angezeigt. Doch, eins wird schwarz angezeigt. Ja, aber das hier müsste auch schwarz sein. Ja, dann gucken wir jetzt erstmal, was, das ist wahrscheinlich das Training. Das schwarze ist das Training, ja. Okay, sprech mal mit Muriel, vielleicht können wir ja. Achso, wenn er noch da ist. Ich habe hier den Kampf. Bist du, oder soll ich? Ich mache schon. Sonst stehe ich hier noch lange. Speak up, I can't hear you. No one has faced me in Blin. Gotcha! No one has ever beaten me in combats. Gotcha! Das sieht nicht nach drüben aus. Ne, es war dasselbe Problem wie jedes Monkey Island Ding. Das wird random generiert. Hey, du machst dreimal die Beleidigung, die neu ist, wo du keine Erwiderung hast, die passt. So, wo geht's zum nächsten? Wo ist die nächste? Erstmal kurz zu Stan rüber, dann wieder hierher, um das wiederzumachen. Ah, scheiß drauf. Machen wir die nächste, es wird zu groß. Ich gehe jetzt gerade hin. Oh, oder hier. Versuch da noch mal die Zuckersnummer. Macht also, ich habe es vorhin nur in unter 25 geschafft. Wie kannst du die Kante Kampf machen? Ja, die ist zumindest lustig. Beziehungsweise, die hat wenigstens Gameplay. Im Gegensatz zum sehr viel anderem. Mach es! Ich hoffe, du hast eine Höhe für Höhe. Oh Gott, da sind noch mal noch Scheiße drin. Ja, und ich finde die Scheiße herausforderung nicht. Weil... So lustig versteckt. Toll, dieses Spiel. Es ist... Es ist... Es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Ich habe es wohl auch nur in unter 25 geschafft. Nice. Wo bist du jetzt? Ah, hier ist der Scheiß. Wir müssen die wirklich alle schaffen. Ja. Soll ich es mal versuchen. Wenn du möchtest, kannst du dich ja einmischen. Lass mich das bitte mal machen, ich weiß nicht, was wird. Du bist nicht fit, ich lenk meine Boots. Ja, ich tue es auch. Ich... ich weiß nicht was zu sagen. Ich sehe eine Schmerz, aber ich höre keine Schmerz. Mit der Schmerz so schlecht, ich bin nicht überrascht. Ich bin der größte Schmerz auf der Seine. Weil du auch nur die Beleidigung hattest, du musstest nicht wirklich kämpfen, du musstest nur die Beleidigung auch richtig einsetzen. Ja, ich weiß. So, jetzt muss ich ihn noch mal mit seinem eigenen Ding, beziehungsweise den nächsten und dann machen wir das auch. Wir können die... wenn wir gar nicht mehr schaffen, dann können wir das Konos auch abbrechen und die nächste... Wir müssen die nicht abschließen, wir müssen... Nee, wir machen die schon fertig. Ja, wir machen die schon fertig. Es ist genau die selbe Enttäuschung wie bei dem Fluch der Garry wegdingen. Oh Mann. Ja, Sea of Thieves. Das ist diesmal nicht komplett buggy. Das ist diesmal nicht komplett buggy immerhin. Wir müssen die Abbrechen. Die Ausatmen sind wir sicher. Also, die Entfernung sind wir sicher. Ja, noch einmal aufhalten. Ja. Achtung. Ich muss sowas wenn du weißt? Ich muss auf ihre Gefühle Savannahes arbeiten. Das ist es ja. Das ist das, das ist ja. Und da, ich covered. Das war ein Low-Blow. Wenn du mich verletzt hast, mach es schnell. Schade, du kennst mich auf Drei Land. Ich hab dich auf Drei Land. Keine Ahnung. Na komm, schockst du das. Ja, ich hab dich auf Drei Land. Ja, ich hab dich auf Drei Land. Hey, nicht wahr? Stopp mit und taunt mich! Das sieht gut aus für dich. Das war fucking lange. Ich hab dich auf Drei Land. Ja, komm. Ja, ich hab dich auf Drei Land. Ja, ich hab dich auf Drei Land. Ja, ich hab dich auf Drei Land. Und vorher weißt du dann welche du schon gemacht hast? Weil ich die im Uhrzeiger sehen abarbeite. Na wo ist sie? Ja. Ist halt Gameplay, ne? Spielen ist Musik dafür. Irgendwo hier müsste es sein. Ich bin nicht auf den Fersen. Das ist schön, ich weiß auch nicht wo ich hingehe. Da unten ist noch irgendwas. Ah ja. Die Pinodiden sei ein bisschen zu sehen, weil wir es ja noch nicht gesehen haben. Mhm. Wo bist du hin? Nach da drüben. Ich guck grad, ob ich irgendwas verpasst habe. Ansonsten... Ja tatsächlich, hier habe ich was verpasst. Gut. Ich glaube, den musst du mit dem Schwert angreifen. Nein, musst du nicht. Ich hab ihm grad ins Gesicht geschossen. Aber das ist nicht so viel Kugeln. Was hast du gesagt? Ja, was hast du gesagt? Und du hast du gesagt? Ja. Du bist es. Meine Schwertzinnen-Packen wird dich verletzieren. Ich... Ich weiß nicht was zu sagen. Du wirst nicht gewinnen, ohne eine gute Insult! Ich hoffe, du bist besser im Klingeln, als du bist im Kampf! Ich bin der größte Krieger auf der Seine! Ein Buch, oder was? Nein, nein, unter Immobilien. Verlobungen. Sieht nicht so aus, dass er es geschafft hat. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Missionenabenteuer. Und ein Piratenlogbuch. Piratenlogbuch. Ansehen. Ja, heißt tatsächlich, wir haben alles gemacht. Zurück zu den... Zu Scam... Zu Scamba. Wo findest du das? Seenrohne habe ich gehört, sondern da habe ich das Glücks. Guck, Seegast in der Flamme. Unter Ansehen sehen wir es gar nicht. Ich gucke noch mal kurz, was wir mit Stand machen können. Ja, jetzt machen wir eine Mission zu bleiben. Ja, lustig. Du hast jede Beleidigung und Erwiderung... Ach, du musst die Beleidigung alle... Die musst alle nur alle an. Alles klar. Ja, natürlich. Du musst dich alle bekämpfen. Also ab zur... Zurück zum... Zurück zum... Zur... Zur... Wozu... Gär liegt die? Ich möchte noch eine Sache mit Stand kurz machen, weil... Es bildet sich an. Ich habe nämlich gerade die Beleidigung gesehen. Okay, was? Wir können ihn ins Meer schubsen. Wir können ihn ins Meer schubsen. Okay, aber ich finde es... Wir sollten ihn im Schrank lassen. Wenn man ihn schon nicht ins Schlagwein spenden... Mit dem Schrank in... Oh. Wir müssen in der Stadt auftauchen. Ich dachte zu Skamba, weil wir es geschafft haben. Nee, wir müssen... Es gab noch keine Mission bestanden. So. Hm. Wir machen das ja nicht wegen den richtigen Führung. Sondern wir machen das, was wir die Dinger brauchen. Für den Trank, der bestimmt... Sehr sinnvolle Dinge tut. Und der Schwertmeister, der war im... Mache... Irgendwo war der... Irgendwo im Wald war der. Ja. Möchtest du eigentlich irgendwelche Predictions ab... Abgeben, was hier jetzt der große Twist am Ende ist? Große Twist? Es gibt immer einen... Äh... Sie haben es ja häufig schon ein bisschen... Sie haben es ja irgendwie schon verraten durch die Trailer. Sie müssen ein gelber Chippoot retten und ihm irgendwie... Ihm sagen, dass er ein großer, mächtiger Pirat ist. Also ich wieder... Er unterschätzt sich selbst und... Äh, was macht der denn jetzt? Nein, nein, ich... Ich schiebe. Ich meine... Ich gehe gerade davon aus, dass die Voodoo Lady aktuell wieder unser... Feind ist, weil er eh schon andere Formen angenommen hat. Und wir helfen ihm gerade mit irgendeinem... Nee, die Voodoo Lady... Die Voodoo Lady ist nicht unser Feind. Aber es wird dir ne... Bist du sicher, dass es immer... Das ist immer noch alles ne Illusionswelt? Deshalb... Hat er verdient. Er schwimmt ein wenig. So ab zur Scambau, würde ich sagen. Ich würde sagen, der Plot... Der Plot-Twist ist das... Das war mit... Das war... Das war... Das war... Das war... Das war in den Kampf... So war es, glaube ich, im Fluch der Karibik auch schon so... Das war... Das war den... Jack Sparrow... Dazu kriegen mussten, in den Kampf gegen Davy Jones zu geraten... Und gegen den Nestern zu kämpfen... Und... Wir müssen... Hier müssen wir Guybrush zu kurz... Dazu umreden, dass er wieder... Dass er wieder... Auf Armkür geht... Anstatt... Anstatt dort... Im Büro zu sitzen... Und sich zum Bemitleiden... Ähm... Und... Ich bin gespannt... Das ist auf jeden Fall Storywriting... Technisch richtig scheiße bis jetzt... Bin ich ehrlich... Ich glaube am Ende wird es dann... Es gibt dann einen finalen Bosskampf... In der... In der Affenhöhle auf Monkey Island... Das wissen wir schon... Weil das... Weil das... Das dritte Kabel geht nach Monkey Island... Und ist... Und hat den... Hat als Sand... Die... Hier geht's hoch Molly... Äh... Ich guck gerade... Ich guck gerade... Wo wir genau hin müssen... Wir müssen zum... Wir müssen zum... Ach... Vielleicht können wir müssen auch in der Arbeit... Und am Ende werden wir von Monkey Island... Da geht's in die Höhle... Das... Das ist ja der... Ist ja bekannt... Weil der Titel ja schon... Und da werden wir vielleicht Chuck treffen... Da wird... Wird am Ende... Der Bosch Ziput gegen... Den... Den... Der Chuck kämpfen... Und wir werden ihn dabei unterstützen... Und wir werden ihn dabei unterstützen... Wir müssen nochmal mit Mary reden... Und am Ende sehen wir... Am Ende sehen wir... Am Ende sehen wir... Am Ende sehen wir vielleicht... Die... Die Lane nochmal wieder... Und die segeln gemeinsam... In den Sonnenuntergang... Punkt Ende... Das wird sein... So wird sein... Oh... Haben wir wieder einen Scheiß Bug... Was müssen wir jetzt machen... Schwertmeisterin finden... Ja... Ich würde sagen... Im Stadtinneren... Nein... Das ist tatsächlich irgendwo im Wald... Okay... Dann suchen wir mal einen Wald... Aber ich suche dir auch mal Mary nicht... Weil da irgendwas nicht stimmt... Wobei... Questbook... Mal gucken... Ich... Ich... Ich geh schon mal einen Wald suchen... Ich hab was drin... Ich glaub das war links irgendwo... Er hat ja irgendwo eine Rütte im Wald... Wir müssen zu den... Gelben Blumen erstmal kommen... Ich bin bei den gelben Blumen... Komm zu mir... Und dann... Ja... Sag ich dir gleich... Moment... Ich geh über den... Stamm... Ich bin bei den gelben Blumen... Ich bin bei den gelben Blumen... Links... Und da bist du bei den gelben Blumen... Nee... Ich komme jetzt gerade... Wo läufst du lang? Den Weg... Ich bin bei den gelben Blumen... Im Wald... Ich bin auch bei den gelben Blumen... Aber nicht im Wald... Doch... Hm... Vielleicht kommt zu dir... Und was wollen wir da machen... Die gelben Blumen... Die gelben Blumen... Die waren... Die waren schlimmer... Für die... Die... Die müsstest du... Nun... Gern entholen... Für die... Für den... Hier ist nochmal una gelbe Blumen... Aber du bist nicht da... Du musstest doch holen, um die Hunde zu weit zu schläfern. Gut, Südost einmal. Ich finde dich nicht. Den Weg, den wir bei dem Schatzding gemacht haben. Erst rechts über den Baumstumpf, dann links und dann geradeaus, quasi. Okay, ich bin wieder auf Weiztor. Ich bin gut, mich daran zu verändern. Dann geh durch, nach rechts, erste Abzweigung. Also ich bin über den Baumstamm, dann links. Gut, dann direkt links, sobald es geht, links. Und jetzt, rechts. Äh, in Richtung Camp. Das sind rote. Ich weiß nicht, ob das rechts war. Ah, okay. Du müsstest Licht sehen. Das ist Camp. Ja, das Camp und dann einfach geradeaus hier hin. Wir sehen einen Modi. Ja. Müssen wir diesmal hier lang. Ja, sieht richtig aus. Und hier geht es nicht mehr weiter. Äh, einmal hier lesen. Bla bla bla. Oh, versteckter Switch müsste irgendwo hier sein. So, wie man wächst. Ja, den kannst du Gott sei Dank skippen. Hier müsste irgendwo ein versteckter Schalter sein. Am Baum? Potenziell am Baum. Ah, hier ist ein Hebel. Hier, hier, hier. Ah, dann. Wie kommt das nicht ran? Das ist kein Hebel, das ist die Brücke. Oh, okay. Ich guck mal, wo ob da eine genaue Beschreibung ist. Da steht es im Buch. Ach. Die mehr ich versuche, frei zu brechen, von welcher Kurs, die eine Melee-Island in ihren Klettern hat, die mehr ich mich erinnern kann... Ah, sie haben definitiv notiert, dass ich nicht spiele. Ich glaube... Bleib. Ich denke... ...damit interagieren. Aber ich kann damit nicht interagieren. Oh, nee. Wenn wir jetzt wirklich mehr irgendwas mit der scheiß Schwertkampf-Drecks-Ding machen müssen, dann... Wo kommen wir jetzt hier rüber? Ja, wir müssen... Die... Wir können versorgen, das zu cheezen. Also Monkey Island... Haben wir... Da mussten wir den Rübelstrahlenhändler... Den Rübelstrahlenhändler hat... Ja, hier ist ja alles gegeben. Man soll angeblich mit Mary reden, der einem dann die Anweisung gibt, hier hinzukommen, aber... Offensichtlich funktioniert das ja nicht, weil wir haben die Belobigung jetzt für alles haben, aber wir haben nicht alles anscheinend. Da guck mal an deine Komplettdurchsung, ob du da irgendwas findest. Das hab ich dir grade gesagt. Ist hier irgendwo... Nee... Das muss hier daran in der Nähe sein. Es ist wahrscheinlich wieder ein Story-Trigger, den man nur freischakt hat, wenn die Events in der richtigen Reihenfolge stattfinden, was sie nicht tun können, weil wir wahrscheinlich einen Bug haben... Wir haben uns davon abhält. Also können wir da nicht rüber. Nice. Ich gucke gerade noch mal. Vielleicht hab ich irgendwas übersehen. Das ist echt nervig. Das ist echt nervig. Das Buch sagt nichts darüber aus, oder? Schau mal hier. Ach, scheiße. Ich bin Wasser. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich noch einen Kampf machen und dann mit ihm reden. Ich hoffe es zumindest, dass das irgendwie das ganz verhebt. Mhm. Ich versuche gerade aus dem Wasser rauszukommen. Wir machen es gerade wieder einen Kampf. Habe ich ja gesagt, vielleicht hilft es das. Aber wir haben die doch schon alle geschafft. Ja, vielleicht muss man ein mehr machen oder sowas, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber das ist halt... Blödsinn. Sieht gut aus für dich. Okay. Tatsächlich. Ich mach mich schon mal auf den Weg. Ja, warte da. Vielleicht kann ich da schon was triggern. So rechts lang war es. Mhm. Ja. Ja. Weil es ist alles natürlich sehr lineare Story Trigger, weil die von Rare können sehr gut programmieren. Ja. 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 Es ist der Eingang nach rechts. Den Daumenklamm drüber. dann direkt links müsste irgendwo eine Weggabelung sein, oder nicht? Rote Blumen, ach ja hier ist das Ding dann hier rüber noch ein Baumstamm und rechts kannst du das jetzt, oder? ich fühle mich verarscht es war einfach nur der eine ja als ob wir das nicht so hätten umkippen können und uns einen Weg finden können und wie heißt der? ja oh Gott ja das ist sogar leichter als ich dachte aber es ist nicht die Schwertmeisterin, die Schwertmeisterin hier ja der Schwertmeister, der Schwertmeisterkampf, der ist mit mit komplett anderen das mit mit anderen die du noch nie gehört hast was soll die Scheiße? muss mich kurz wieder Sekunde ich ruht dir nichts doch der tut mir was da wirst du wieder auf geht's der verfolgt mich gerade der verfolgt mich gerade wie soll man den Kampf denn dann bitte machen? wie soll man den Kampf denn dann bitte machen? wenn man die Dinge nicht kennt mehrfach versuchen du es schaffst das hat halbwegs gepasst ich glaube ich glaube schon mal das auch wenn man Geld hat ist irgendwas das halbwegs passt mein mein du bist versuche irgendwas mit Schwert oder irgendwie besiegen oder irgendwas was zu finden oder bist schwach oder so irgendwas wiederholen er greift mich an kann ich nicht wiederholen er greift mich an ich versuch's ach kackdreck ah man dann kämpft gegen ihn dann respawn ich halt oh Gott halt ihn auf ey dann komm schnell ja 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 man spawn direkt am ich kann nicht angreifen ich kann nicht angreifen jetzt ich gebe dir eine leise mehr Leise ich kann keine der ich habe keine ich habe keine ich weiß nichts was ich ich habe keine Antwortmöglichkeit mit kein einziger aber so sieht es aus das ist aus ich habe keine nur du kannst das jetzt schaffen nichts zu sagen du bist ich habe keine Antwortmöglichkeiten ja komm Ich finde, was sind wir das? Es gibt nichts sinnvolles. Das ist wahrscheinlich eine Übersetzungssache. Du wirst doch eigentlich schaffen, wie du überleben so lange kannst. Dann müssen wir noch Zwerge besiegen. Das weiß ich zumindest. Na komm. Nein. Hey, das ist wirklich schmerzhaft. Schmerzhaftes, für dich zu lernen. Ich habe Mack benutzt diese Wretze wie du vorhin. Das weiß ich Gott sei Dank auch. Vielleicht kannst du ihn jetzt besiegen. Ich glaube, dreimal musst du es hintereinander schaffen. Geh weg von mir! Oder auch nicht. Geht nicht. Der greift mich an. Wenn ich auch tot bin, dann bin ich einfach im Arsch. Gut. Geht nicht. Ich bin ja schon wieder auf dem Gebiet. Oh, du bist ein Skelett. Du bist ein Skelett. Warum bist du ein Skelett? Warum bist du ein Skelett? Warum bist du ein Skelett? Ich bin ja schon wieder auf dem Gebiet. Ich bin ja schon wieder auf dem Gebiet. Ich bin ja schon wieder auf dem Gebiet. Du bist ein Skelett. Ich bin ja schon wieder auf dem Gebiet. 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 Ich bin ja schon wieder auf dem Gebiet von meiner illustrieren Karriere. Rechnen. Und zusammen werden wir von Gaibrush frei von seiner Kursen raus. Vielleicht bist du oft genug gestorben. Du hast jetzt auf ewig diesen Skin. Ich würde einen nehmen. Der ist cooler als Default Scheiße. Ich glaube es liegt daran, weil man so aussieht, auf einem Fairman-Ship, aber da man hier Das wäre interessant, wenn du ihn jetzt früh mal behalten würdest, durch den Park, dass der Park im Frühbaum bleibt. Ich bin zweifelös. Ich bin zweifelös. Ich weiß nicht, wie die Charaktere gespeichert werden. Es würde wahrscheinlich zurückgesetzt werden, wenn das nächste Mal neu startest. Du kannst heute versuchen, wenn der Stream vorbei ist, wenn wir fertig sind. Spiel schließen, neu starten. Ach, bei dir sieht das noch lief heute aus, oder was? Ja, ja, ich sehe noch normal aus, bei mir auch im Menü und alles. Hm, schade. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hier hingehen. Wo läufst du denn lang? Ich weiß es nicht. Ah. Ich folge dir einfach. So oft zur Scamba. Den Berg hoch. Würde ich sagen. Hm. Ja, wobei, ich glaube, ich laufe über die Billa. Tja, das ist auch ein Weg. Dann müssen wir den Berg nicht mehr hoch. Das ist keine schlechte Idee. Müssen wir jetzt zur Voodoo Lady oder zur Scamba? Zur Voodoo Lady. Müssen wir. Sie sind nicht schmerzhaft. Ja. Oh, du meinen Angst haben. Wie du schommst Passt zuschstammenn Aus einem Trieb des Verkaufs ist ein Weg nach Hause eröffnet. Aus einem Trieb des Verkaufs ist die Wahrheit nicht mehr veröffentlicht. Aus einem Trieb des Schraubens wird eine neue Kraft eröffnet werden. Alles, was die Geibrach von ihm besiegt wird. Es ist Zeit, zurück zu der Gouverneursmantie und konfrontiere Geibrach. Zusammen werden wir die Legende von Monkey Island als nichts mehr als die tallen Geschichten eines Pyratenlords. Ich bin hier. Was ist mit all der Verkaufs? Verkaufs! Ich werde niemals meine Memoirs beendet werden, wenn alles so kalt ist. Hey, ich erinnere dich. Aber die Gälder sagten, dass du die Stadt verlassen hast. Es war ein langer Zeit, Guybrush Threepwood. Einmal mit ihnen. Vielleicht hast du mir die Ehre, uns in einer Toast zu befreien. Für den alten Zeitpunkt. Ich glaube, ein kleines Erfragung könnte nicht helfen. Was ist in der Bottle? Meine eigene Rezepte. Verkaufs für die Legende von Monkey Island. Na ja, ich werde das essen. Ja. Cheers! Es schmeckt wie breathmints mit Katzwein. Ich denke, ich werde auf die Grog gewinnen. Was ist in dieser Sachen? Die Wahrheit. Oh ja? Weil ich denke, die Wahrheit wird mir... Ich werde... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ähm, warum bin ich in der Gouverneurs-Mansion? Warte, ich erinnere mich. LeChuck, seine Schwert, und dann... Ich bin da. Ich bin da. Sie kenne mich einen legendären Piraten, wie ich immer wollte. Aber das war wirklich. Ich bin so ein Idiot. Du kannst mal ein Musikinstrument spielen, wie das aussieht. Ich kann mal die Gitarre rausholen. Sieht interessant aus. Ähm, was geht denn da jetzt ab? Keine Ahnung. Wenn LeChuck glaubt, dass ich noch in der Welt der Fantasie ist, dann wird er nicht erwartet, dass ich ihn schütze. Ich werde meine Sachen holen, finde ich einen Schiff, und schütze ich Elaine, bevor es zu kurz ist. Ihr Plan ist stark. Aber das Meer der Verdammt ist großartig. LeChuck könnte sein irgendwoher sein. Wenn LeChuck benutzt die Erinnerung von unserer Vergangenheit für seine Schmerzen, es gibt nur einen Ort, der er sich schützt. Ein Ort, wo ich noch weiß, wie es zu erreichen kann. Es ist Zeit, dass ich zurück nach Monkey Island zurückgehe. Ihr seht mich, aber ich kann noch nicht verlassen. Ich habe noch nicht verlassen. Hör, du hast mit LeChucks Krupp gelangt. Du hast die drei Trenatoren gewonnen. Und das bedeutet, dass Sie helfen. Jetzt, dass die Kurs gebrochen ist, Die Leute von Melee sehen werden nicht mehr Guybrush als die Legende von Monkey Island sehen. Und Sie müssen erinnern, bevor er zu kommen kann. Geh, du gehst nach Monkey Island. Wenn Guybrush bereit ist, seine Reise zu beginnen, Ich werde sicher sein, dass du auf seinem Seite bist. Sind wir durch? Ich glaube es. Ja, gut. Ich könnte mal mit Leiber schlägen. Das ist das, was wir da nicht haben. Kennst du nicht die aktuelle Melee Island? Aber sie sind sehr real. Ich würde sagen, dass die meisten Leute in der Karibäne denken es als, als wenn der Piratelord uns ein... Ich kann nicht wirklich sagen. Sie ist immer da draußen. Die einzige Weg, um zu Monkey Island zu kommen, Dann muss ich ein paar Fae... Ich glaube. Aber ich muss einen Weg finden. Die einzige Weg, um zu Monkey Island zu kommen, Dann muss ich... Noch mal mit der Uliu-Lady sprechen oder was? Potenzial. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Nein, ist zu. Hm. Aber es gab kein Achievement. Es gab keine... Verlobigung für... Ihr habt es geschafft. Es ist dieser Gabros-Gang? Gerne? Deswegen... Wir müssen noch mal mit... In die Scrum Bar, glaube ich. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Damit wir die ganz toll geschrittenen Dialoge noch mitkriegen. Ich versuche nicht zu denken, was... Nein. Müssen wir uns noch mal feuern lassen? Oder was ist jetzt die Sache? Ah, da hinten leuchtet es am Horizont. Also am Horizont leuchtet ein großes... So ein... Grünes Ding. Ich glaube, da müssen wir hin. Aber... Guckt immer noch mal nach. Nicht, dass wir noch was machen müssen. Ja, müssen wir. Ja. Zum Horizont? Ja. Ich bin auf dem falschen Steg. Du musst eh rüberschwimmen. Schwimmen unterwegs. Wenn du Poken berufst, wirst du locker sein? Bis zu voraus! Bis zu voraus war's. Bis zu voraus scheinnen. Ich bin bis zu voraus. Ich werde sich doch nicht ein Anker rausnehmen. Bis zu voraus. Wir müssen die Zwang hübscheln. Wir können ablegen. Ja, ich drehe ihn wohl gerade. Warte kurz. Ich muss noch was machen, was dir nicht wichtig ist. Haben wir noch eine Brandbombe? Warte kurz. Ui, ich hab was Besseres. Setz mich mal. Etwas enttäuschend. Ja, Moment. Ich... Darf ich mal? Oh, naja. Lass uns aufbrechen. Das war Signalfeuer. Zumindest gleich das rote noch schön. Schöner rote Punkt. Jetzt ist er weg. Äh... Dieses Segeln... Okay. Fahr das Schiff sowas von... Geh irgendwo gegen. Da ist nichts, wo du gegen fahren kannst. Das ist ja gut. Gut. Knau mitten rein. Ist gut genug? Ja. Du... Du... Du musst mir draußen sagen, ob ich immer noch ein Skelett bin oder... ... ob es dann texelt. Werden wir sehen. Wie sieht's aus? Enttäuschend. Du bist wieder der Alter. Ja, auf zum nächsten Hafen. Wird sie da viel in den Händen halten? Ja, die Karte ist weg. Äh, die Karte ist weg, weil wir hier gerade keine Karte haben. Nun geht's zum nächsten Hafen. Wir gehen jetzt erst mal wieder in die ideale Welt. Sind wir das noch nicht? Nein, das ist gerade der Übergang, wo wahrscheinlich noch ein Zwischensequenz stattfindet, wie letztes Mal auch. Mhm. Bewegen wir uns? Natürlich. Sieht nicht sowas. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt. Tolle Cutscene. Also, 10 von 10. Würde wieder schauen. wir sollten uns so richtig düsteres schiff zu legen so schwarz und schwarz dass sie das offen auf dem siegeln richtig so ein schwarzer todkopf und seite also richtig blutig und dann wenn es dann nach oben schweift dann so direkt oben drauf so auf zum nächsten außenposten der ist hier ich steuere uns mit auf die kippen zu natürlich musst du das und wir laufen schon wieder voll wo ist nächster außenposten welche richtung nach osten nach westen gegen welche kippe solche für uns fahren südost südost bitte okay das ist noch ein bisschen da fahren wir in die falsche richtung da müssen wir einmal wenden achtung kippen voraus ok südosten steuerlich an noch ein bisschen mehr außen die richtung ungefähr das ist das schiff zu schott fahrer ich war schon mit den sälen auf spätestens wenn wir da sind ich brauche immer sehr gut da sind Wo ist denn ich draußen? Wo ist denn der geradeaus? Oder das Dreieck dort? Ich glaube links ist der, oder? Ja, jetzt hart nach Osten. Gut gemacht. Das Ding dort. Wo wir gerade auch los sind. Um, das ist das Ding. Aber ich habe ihn sehr wit. Und dann kommt's. Ah, ich bin hier drin. Und dann kommt's. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 20.000 Gold. 22.000 Gold. Ist hier die Flucht der Karibik Dame? Ah ja, hier. Sie hat hier die Flucht der Karibik. Die Flucht der Karibik. Wo ist die Dame mit dem Monkey Island? Hier ist die Flucht der Karibik Dame. Ich meine Garnet Lady ist auf einer anderen Mütensel oder? Gold Sammler. Ich muss mal hier die Klamotten... Oh, die Klamotten sind gewechselt. Schade, dass wir den Mut nicht behalten durften. Wird gern Kautopf getragen. So. So. Mal schauen, ob wir das jemals nicht behalten durften. Natürlich nicht. So. grabs das der Klamotten und mı Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2019 ZDF, 2020